herzlich willkommen zu einer neuen runde gt talk hallo daniel hi martin und heute reden wir über lukas als dachte ich jetzt kommt ein eine einleitung die erst mal so umschreibt was wir vorhaben aber ja in medias res wir reden über lukas als warum ein gemälde ein welten gemälde wo den leute rat mussten was das thema ist sie wissen ja schon was das thema ist das steht ja im titel ist nicht so schwer bisschen überraschend ist es doch ursprünglich hatte ich die idee ich weiß gar nicht mehr wie ich drauf gekommen bin einfach so über unsere lieblingsentwickler zu sprechen schon so ein bisschen im kopf so retro mäßig so bis in unsere lieblingsentwickler von früher bei irgendeinem gespräch kam kam ich drauf dass es früher mal so entwickler gab von denen man unbesehen jedes spiel kaufen konnte so eine zeit lang immer es gab da würde ich gern schon mal abgefallen möchte schon mal ganz kurz widersprechen also und mit dem widerspruch gebe ich dir umso mehr recht das war nämlich die entwickler wenn die mal was rausgehauen haben was dann nicht absolut obersuper war sondern nur eine 84 oder so dann war das schon dann war das so komisch oder so merkwürdig und man hat sich gedacht was haben wir jetzt los voll throttle nur ein sehr sehr gutes spiel ja ja oder oder night shift vielleicht jetzt nicht oder bei einem anderen entwickler cyber mage von von origin zum beispiel was aber egal so entwickler ob es ja auch noch gibt keine ahnung wo man halt fast unbesehen jedes spiel weil man wusste so einmal der geschmack trifft es halt und die qualität halt auch aber dann sind wir irgendwie oder du bist du bist darauf gekommen dass das 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 bisschen mehr in die tiefe gehen möchtest und nicht nur zu sagen lucas arts und das war es sondern ein bisschen vielleicht mehr darüber reden möchte ein disclaimer möchte ich ganz gerne vorne weg bringen mal gucken und gucken ob der zutrifft werden jetzt feststellen aber es gibt natürlich auch einige andere gaming podcast da draußen einige die sich auch speziell nur auf so retro sachen konzentrieren wie zum beispiel gibt super podcast stay forever wir werden jetzt nicht ganz so die richtung gehen ich glaube wir werden hat schon wir haben uns tatsächlich mal ein bisschen vorbereitet was wir sonst der podcast merkt man zwar nicht aber wir machen es sonst nicht so sehr aber ich habe mich vorbereitet ich bin in dem fall gunda du bist christian wir werden uns ein bisschen mehr so an persönlichen erlebnissen und anekdoten vielleicht nicht mehr so sehr aber so erinnerungen entlanghangeln und haben jetzt nicht so das fette dossier angelegt das machen andere besser aber trotzdem war eben irgendwie die idee dass wir dann einen entwickler ein bisschen genauer unter die lupe nehmen wir uns genauer daran erinnern in diesem fall eben lucas arts das finde ich jetzt gerade ziemlich super denn ich hätte ungefähr exakt die gleiche an mod gemacht außer dass ich am anfang mehr geteasert hätte aber also ich hätte gesagt jochen gebauer würde sagen so ich hätte ja gesagt aber ich habe es ja nicht gesagt ich hätte gesagt wir wollen mal über früher ein bisschen sprechen und unsere lieblingsentwickler studios von damals und eigentlich war der plan von diesem podcast wir reden mal über lieblingsentwickler und dann haben wir das überlegt ja jeder drei oder ja okay das ist vielleicht ein bisschen gerade weil wir dann doch oft ins plaudern kommen vielleicht ist jeder einer doch besser jetzt für eine folge und wir machen dann mal noch eine zweite folge und jetzt sind wir inzwischen schon so weit dass wir wahrscheinlich schon mit lucas arts also wenn ich mir jetzt anschauen was lucas alles veröffentlicht hat und wie viel ich davon gespielt habe und du wahrscheinlich auch müssen wir froh sein wenn wir hier unter paar stunden rauskommen und genauso mit den anderen entwicklern die wir uns vorgeknöpft haben das heißt das ist die erste folge einer vielleicht nicht super regelmäßigen reihe aber zumindest einer reihe die bestimmt mehr als nur einen teil haben wird ich kann mir vorstellen dass das michi und fritz da vielleicht auch mal mitmachen wollen wir werden vermutlich jetzt bei den entwicklerstudios die wir im vorgespräch also in unseren drei sekunden chat ausgemacht haben das wird schon alles sehr pc lastig und auch ein bisschen so die goldenen 90er jahre sein und ninja theory und ninja theory wobei das kein retro entwickler in dem dem sinne ist aber wir werden jetzt nicht über keine ahnung sega mega drive kult entwickler oder konami in den 90s sprechen sondern es wird schon eher da wir alles da wir damals pc spieler waren wird schon eher pc lastig und ich hätte tatsächlich auch zu stay forever noch gesagt wenn jemand ein wirklich ausführliches und hintergrundwissen reiches konstrukt rund ums thema lucas als hören will da gibt es sogar schon eine folge wo es ein bisschen mit dem niedergang von lucas arts ein bisschen aufgeschlüsselt wurde was ist da eigentlich passiert und wie es gunnar und christian was der vor immer machen diese komplette erklärung wie eigentlich die firming geschichte war welcher entrepreneur schon 1981 mit wahnsinnigen talenten da irgendwie was aus dem boden gestampft hat und dann mit finanzieller hilfe von xy das wissen wir alles nicht das haben wir uns auch nicht drauf geschafft sondern wir haben beide also ich habe zumindest die wikipedia seite mal geöffnet das war meine vorbereitung und ich habe ein gutes gedächtnis das heißt wir sprechen tatsächlich eher und das deckt sich jetzt mit dem was du gesagt hast aus spielersicht wie haben wir denn damals die spiele von diesem entwickler wahrgenommen was haben wir davon gespielt und was hat das hinterlassen genau da wirst wahrscheinlich du auch ein bisschen früher starten können ja dass ich halt einfach später angefangen habe mit spielen irgendwie anfangen der 90er und das heißt so die vorgeschichte als die firma tatsächlich noch gar nicht lukas arts kann auch darüber sprechen da habe ich gar nicht so richtig mitbekommen und auch da ist dann dann ihr so ein bisschen passiv zu mir gekommen erst so richtig so dann gegen mitte der 90er so 92 93 94 habe ich dann das bewusst wahrgenommen auch wertschätzen gelernt also ein bisschen gedauert so wird und du hast ja schon vorher lukas arts spiele gespielt gegründet wurde die ja schon 1982 das habe ich ein bisschen mal nachgeguckt und da hieß sie eben nicht lukas arts man später wusste oder wie sie später hieß sondern es hat gegründet von lukasfilm als tochterfirma von george lukas genau auch mit man hieß sie hat lukasfilm games tatsächlich habe ich den switch von lukasfilm games zu lukas arts mitbekommen und war damals nicht gerade begeistert ich dachte mir was soll das denn jetzt was soll denn dieses logo was sich später als eines der kultigsten auch wenn das wort scheiße ist logos von allen herausgestellt hat und auch immer ein bisschen so ein qualitätsgarant war aber mein erstes lukasfilm games spiel war tatsächlich vor 30 jahren das grafik adventure zum film indiana jones und der letzte kreuzzug das hieß auch indiana jones and the last crusade das grafik adventure zumindest laut wikipedia und das hatte mein spezel torsten auf einem 286er mit 12 megahertz ich meine noch in der ega version ich behaupte auch dass von den frühen lukasfilm oder das von den wichtigen lukasfilm adventures die ega version eigentlich die entscheidende ist kommen wir später noch zu das allererste was in diese reihe fällt maniac menschen was er so ein c64 amiga ding war habe ich dann erst später gespielt und bin da nicht mehr so ganz reingekommen und sag mccracken auch ich dachte lange sag mccracken wäre das erste gewesen komischerweise und maniac menschen das zweite aber ja los ging alles vor 30 jahren mit indiana jones and the last crusade und dazu gleich die erste anekdote das spiel kam ich war da vor dem spiel kannte ich indiana jones gar nicht es war quasi also das war so echt nee das war damals quasi dieses also es war halt eines der besten spiele damals alle haben es total gefeiert wir haben es 500 mal durchgespielt wir haben szenen nachgesprochen auf dem pausenhof biff der schläger was auch immer und die movie oder movie franchise ist jetzt mal gesagt die filmreihe indiana jones war uns damals eigentlich nicht geläufig also es war nicht so dass wir da unbedingt ins kino wollten schon 89 als der film kino war das war erst hinterher denn in dem jahr 89 startete premiere also das jetzige sky in deutschland wenn ich mich richtig erinnere richtig erinnere oder ein jahr später und die hatten somit als exklusiven film zum launch indiana jones 3 und ich kannte das adventure schon ich habe meine eltern ewig belabert dass wir doch bitte dieses sündteure pay tv uns anschaffen sollen weil ich unbedingt indiana jones 3 sehen muss werden damals noch kein videorekorder das heißt es war die einzige möglichkeit endlich diesen perfekten film zu diesem perfekten spiel zu sehen haben sie aber nicht gemacht scheiße da muss sich das spiel noch ein paar mal durchspielen aber als ich den film jahre später gesehen hatte fantastisch endlich mal die film szenen zu sehen aus zu den spiel szenen fun fact an dieser stelle die qualität von premiere damals war auf den alten fernsehen schon besser als die vom sky stream heute das ist wahr ja wissen viele nicht aber naja sollen ja auch was werden die leute hier also dass diese ganze vorgeschichte ist ganze diese ganze startphase von lucasfilm games praktisch über gar nicht mitgemacht diese was hier bei wikipedia drinsteht zwischen ballblazer 84 und strike fliegt 87 habe ich kein einziges spiel gespielt ich habe in meinem kopf bilder zu rescue on fractalus kommt glaube ich auch vom stay for ever podcast mit diesem alien auf der windschutzscheibe und labyrinth ist glaube ich ein adventure dachte ich ein grafik adventure hier heißt es aber wechsel erst später in den grafikmodus vorher text adventure ich glaube labyrinth war dieser fantasy film von lukas ist das nicht der mit tom cruise und david bowie als kobold könig ich bin mir nicht ganz ganz sicher von tom cruise weiß ich nichts also da habe ich jetzt gedacht dass dich dass du das vielleicht so aus interesse nach gut hast also ich kann schon mal vorneweg sagen ich habe von diesen alten sachen auch später nichts nachgeholt gar nicht irgendwie nie zu ergeben deswegen steht auf unserer liste immer noch mal loom dass ich ja was dann ein späteres lucas arts game ist oder das film games glaube ich noch war das und mal von den alten sachen habe ich nichts nachgeholt labyrinth war ein film ursprünglich mit david bowie die musik gemacht hat von jim henson der die figuren und ich habe gedacht dass wir aus dem grund natürlich auch als david bowie fändest du da mal irgendwie vielleicht den film kennst und das deswegen auch mal das spiel nachgeholt hast ein bisschen interessant ist was du gerade meint ist diese mischung aus text und grafik adventure das ist eins mit der frühen grafik adventures war eigentlich gerade der witz das fängt nicht als text adventure an dass du so ganz normal bist irgendwie in deinem zimmer oder einem zuhause und kannst du ein paar standard sachen machen und geht eigentlich nur darum dass dann aus seinem haus gehst und in der gleichen straße ist ein kino dann gehst du zum kino und kannst auch noch popcorn kaufen und die eintrittskarte kaufen und wenn du dich dann in den saal setzt fängt halt der film an und dann wechselt das aus dem normalen text adventure kommt dann plötzlich ein bild das ist natürlich eine total coole art und weise dann das zu wechseln weil das hat auch mit dem mit dem film story dass du da reingesogen wirst und dann wieder rauskommen muss also das war habe ich das ist eine coole sache da aus dem text adventure praktisch zu was die normale eingabe art war zu der zeit noch und auch ein adventure zu erleben gleichzeitig die story mit rein zu nehmen dass du hat in das spiel gesogen wirst in dem du halt plötzlich dann auch an anderen ebene bist ja nicht mehr in der normalen text adventure bist sondern in dem spiel drin was grafik hat was damals ja wo dir fast der kopf geplatzt ist cleveres ding aber ich denke dass selbst wenn ich nachgeholt hätte damals hätte mich das nicht mehr begeistert ich habe auch versucht also ich bin mit text adventure nie warm geworden ich habe danach versucht als es man war grafikadventures gewohnt also indiana jones 3 war das erste was wir überhaupt alle so mitbekommen hatten und dann haben wir alle aufgesogen lucas als waren immer ein bisschen geiler als die von sierra hat eigentlich nur die beiden gespielt oder welche die so ähnlich ausgeschaut haben wie legend of curandia dann jahre später zum beispiel aber jetzt so sachen wie was in den zeitschriften immer so hoch gejetzt wurde die ganzen info com sachen oder legend adventures die habe ich ehrlich gesagt nie so ganz also info kommen schon gar nicht weil mir da immer was gefehlt hat legend auch nicht obwohl die ja immer so standbilder dazu hatten weil mir das mit diesem parser irgendwie zu umständlich waren vielleicht mein englisch noch nicht so gut war aber zweite anekdote ich habe auf meinem amiga damals weil ich hatte damals noch keinen dos pc ich habe dann indiana jones und die späteren monkey island und loom und so weiter 1991 circa auf dem amiga gespielt zuerst teilweise mit sehr sehr vielen das ketten wie man kein zu hatte glaube ich zwölftes ketten oder so war großer spaß die durchzuwechseln habe aber auf dem in basic ein text adventure selbst programmiert mit so ganz einfachen wenn du dies machst passiert das schleifen das war sogar ganz cool und es spielte in einem haus von einem verrückten wissenschaftler also da hat mich dann man ja menschen doch schon ein bisschen inspiriert dazu aber ja aber mehr hatte ich ja ich habe in meinem ganzen leben nur einen text adventure gespielt das war so ein erotik text adventure in der star trek ich glaube es war auch eher ein fan projekt ich glaube es war nicht offiziell ich weiß es im nachhinein nicht mehr hat es gelohnt mit commander troy das war ich fand es gut damals na dann schlicht habe ich schon mal erzählt im let's play zu enslaved ja das war das war eine gute sache wann bist du denn dann mit lukas arts ein oder lukas film games eingestiegen mit welchem spiel ja später erst das war wird anfang der neunziger hat mein vater einen pc angeschleppt und die spiele haben wir schon mal darüber gesprochen wie wir früher gespielt haben und wir so alles war sind immer so passiv zu mir gekommen so vom schulhof dass du halt da dann einfach mal so ein freundeskreis hattest und dann haben leute einfach sachen empfohlen oder hatten hat einfach spiele und du hast die hat kopiert dann und du hast jetzt nicht aktiv überlegt ich möchte diese oder jene spiele hast du erfolgt was rauskam und eine andere quelle war in hamburg für mich ich habe das noch in brennen gewohnt und um mal ganz komplett vom thema abzuweichen also andersrum das war ein 1 1 1 wie alt war ich damals aber muss ich halt so elf zwölf gewesen sein anfang der neunziger halt und wir hatten eine befreundete familie in hamburg und der sohn der familie der war so drei vier jahre älter als ich so 15 16 und damit sowieso schon mal obercool weil mit zwölf sind alle die mit 15 die 15 sind schon mal sehr sehr viel cooler als man selber aber es war ein super typ und der hat sich immer mit mir abgegeben wo ich mein nachhinein denke weiß ich nicht wenn ich jetzt 15 oder 16 wäre mit so einem scheiß zwölfjährigen ich hätte gar keine lust aber wenn wir dieser familie zu besuch waren der war wir haben uns echt gut verstanden und irgendwie war ich dann haben das irgendwie gepasst und er war super nett zu mir und bei dem habe ich dann auch viel computer gespielt und von dem habe ich dann auch an die computer spiele bekommen von dem habe ich relativ viele lucas film games oder lucas arts spiele bekommen und da auch unter anderem das erste war ein monkey island spielen ich weiß im nachhinein nicht mehr welches wie du weißt nicht mehr welches die sind doch unterschiedlich das erste und das zweite also rennt von weil er so scharf ist an das spiel damals okay aber an den star trek fanfiction erotik adventure da ist die erinnerung noch tipptopp wahrscheinlich und x-wing habe ich bekommen ja okay das war aber dann schon das war dann schon was später 390 ja genau so eine anfang der 90er mit der 90er aber ganz kurz um das mal um völlig vom thema wegzukommen ein shoutout an die ganze familie wir hören das natürlich nicht weil die so einen quatsch glaube ich nicht hören aber das ist mit die coolste und beste familie die ich kenne die mutter also der sohn ist halt der hammer ich sage jetzt keine namen aber timo ist das hat er es war immer so ein cooler typ bei dem war ich tatsächlich jetzt vor zwei jahren in thailand der wohnt inzwischen in bangkok und da habe ich ihn noch mal besucht und ein paar tage geblieben das immer noch super cool die mutter ist super cool eine der sympathischsten und nettesten und positivsten menschen ich überhaupt kenne und warum erzähle ich das jetzt hier noch mal weil das witzigerweise deine freundin mich über die fall an die an die erinnert aha also inzwischen ist natürlich kenne ich die bisschen besser und das heißt nicht dass ich die meinung geändert hätte aber das heißt das hat natürlich kennt man einfach sie jetzt einfach so als eigenständige person halt aber am anfang fand ich das erste mal gesehen habe das erste mal irgendwie so einfach nur so ein gefühl hatte wie deine freundin als person ist dachte ich erinnert mich total an die renate aus hamburg und deswegen fand ich von anfang an super sympathisch weil er aber so eine moment hatte na gut ja ja das ist total erzähle ich ihr super familie erzähle dass sie ist wie die renate aus hamburg renate aus hamburg ist eine shoutout und renate aus hamburg eine der besten menschen auf diesem planeten wie schön naja auf jeden fall war ich halt da dann immer zum besuch und weil die in hamburg gewohnt haben und das von bremen haben wir meistens dann waren wir so ein wochenende da die hätten auch das war auch die familie die den wohnwagen ostsee hatte da haben wir schon ein paar darüber gesprochen oder in dem podcast über urlaub drüber gesprochen gemacht urlaub gemacht habe und dann deswegen war ich noch manchmal länger da sind in hamburg und dann haben wir jetzt da gespielt zum beispiel eben monkey island und ich weiß noch dass ich das zu dem zeitpunkt gar nicht so richtig verstanden habe weil ich glaube dass es auf englisch war und dann habe ich immer nur so ein bisschen zugeguckt und deswegen war so meine erste berührungspunkte da mit den glauben in den ersten zwei manche allen spielen ohne dass die richtig verstanden habe sondern von ganz cool dass er die da gespielt hat und hat etwas erklärt und dann ist so zusammengespielt und dann haben wir spielt auch noch sachen zusammen spielt das kommt dann noch aber wie gesagt das erste spiel was ich dann richtig cool fand und was ich dann auch mit nach hause genommen habe und zu hause gespielt habe war dann star wars x-wing und das war so mein erster richtiger bewusster berührungspunkt mit lukas arts und das ist dann auch schon lukas art als das 93 rauskommen raus kam und da war ich halt hin und weg das war so ein geiles spiel da würde ich gerne bevor wir dann quasi ab unserer schnittmenge star wars x-wing einsteigen gerne dann zumindest den roundup machen was die adventures angeht denn die haben mich vielleicht wie keine anderen spiele 1991 und 1992 begleitet und geprägt und zwar alle also indiana jones 3 war das erste das war im prinzip schon das perfekte spiel ich weiß nicht wie oft ich das durchgespielt habe ich glaube ich könnte es heute noch im gegensatz zum zu fate of atlantis problemlos ohne lösung durchspielen bei fate of atlantis hätte ich glaube ich ein zwei schwierigkeiten das habe ich auch sehr sehr oft durchgespielt ist aber halt auch weitaus länger und komplexer deswegen wert wird es wahrscheinlich ein bisschen haken aber indiana jones 3 müsste eigentlich noch gehen loom habe ich glaube ich erst so nebenbei mitbekommen denn ich habe erst ich weiß gar nicht wie das gelaufen ist die erste pc oder überhaupt spielezeitschrift die ich mir gekauft habe selber das war die ausgabe 691 der powerplay mit zum piraten cover und die 5 91 müsste das gewesen sein mit eye of the beholder auf dem cover war hatte ich mir von torsten damals ausgeliehen war quasi mein erster schritt hin zur spielepresse und da sind loom und monkey island schon draußen gewesen waren da wahrscheinlich auch schon im test bei der powerplay ich kann mich aber erinnern also ich habe eine relativ deutliche erinnerung dass als wir alle schon in die drei gespielt hatten dass ich in irgendeiner zeitschrift rum geblättert habe und da war der erste screenshot aus the secret of monkey island dem neuen spiel von den machen von in die drei lucasfilm games und das sah da schon irgendwie so ein schritt weiter aus und da konnte ich mir noch nicht so ganz vorstellen okay irgendwie zum piraten szenario klingt ganz cool muss ich auf jeden fall auch spielen loom ist da ein bisschen durchgerutscht das war dann erst später als man quasi wusste okay von dem entwickler kommen nur geniale spiele und dann hat man natürlich die alle nachgeholt manche mit mehr erfolg wie loom was ich auch tausend mal durchgespielt habe sag mccracken und maniak menschen dafür dann nicht weil die halt auch noch sehr viel hässlicher und sehr viel umständlicher waren irgendwie da fehlte dann diese eleganz die eigentlich erst mit in die drei reinkam monkey island war dann genauso wie in die drei das absolute obermeisterwerk also das war tatsächlich noch mal diese schippe drauf noch mal besser noch mal lustiger die rätsel konnte man damals vielleicht gar nicht so wertschätzen irgendwie wie gut eigentlich die rätselketten sind aber monkey island ist heute noch ein fantastisches spiel manche mögen das ja nicht oder sagen ja früher fand ich es besser ich finde das kann man heute noch immer noch genauso spielen auch da war es dann wie später bei den simpson so man hat diese ganzen sprüche sich um die ohren gehauen und jetzt nicht nur wie passend okay bist du eine kuh sondern halt das ganze andere zeug also auch so ich weiß dass wir mal für die im kunstunterrichts und comic zeichnen mussten und da haben wir szenen aus monkey island nachgezeichnet also da gab es dann auch den koch der weint und die drei piraten mit den drei prüfungen und 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 also es war wann immer neues lucas arts oder lucasfilm games spiel rauskam adventure vor allem war es eigentlich zu der zeit das beste spiel was es gab sogar secret weapons of the luftwaffe komischerweise was natürlich kein adventure ist sondern eine ziemlich komplexe flugsimulation und der vorgänger im geiste zur x-wing serie weil es von den gleichen leuten kam sogar das weil es von lucasfilm games kam haben wir uns besorgt und gespielt war natürlich da ein bisschen schwieriger reinzukommen nachdem es nicht so ein narratives ding da war mit lustigen sprüchen sondern hat schon eher komplexer und wir hatten halt vom krieg und von irgendwelchen flugzeugen da keine ahnung der namen aber auch noch ein bisschen merkwürdig aber gespielt haben was trotzdem irgendwie und das ging dann immer so weiter dann kann man keine 2 auch wieder irgendwie ich glaube april 92 bestes spiel überhaupt noch mal lustiger diese grafik fantastisch die war nämlich auch technisch immer auf höhe der zeit wenn nicht sogar darüber hinaus also was schöneres gab es bis dahin nicht und erst mit king's quest ne moment king's quest 5 oder space quest 4 ungefähr auch mit der 91 rum kam sierra da hin mit diesem vga look aber die grafik bei lucasfilm games adventures war trotzdem immer so ein bisschen charmanter und die spiele waren halt einfach besser und witziger die die sierra spiele hatten alle irgendwie immer so ein irgendwas wo man sagte so naja zum beispiel auch wenn man sterben konnte im gegensatz zu den lucasfilm adventures da konnte man nie drauf gehen und bei sierra wenn man in sackgasse reingelaufen ist kam es dann nicht mehr zurück egal andere baustelle und so ging es halt weiter dann gab es die erste preview zu indiana jones in the fate of atlantis auch das wieder boah wenn das mal kommt und dann kam es und dann war es halt auch so gut wie man es erwartet hatte das war ganz normal dass du dich offen dass ein lucas arts adventure lucas film games adventure angekündigt wurde ab der ankündigung wusstest du das beste spiel überhaupt und dann kam es und es war das beste spiel überhaupt dann hast du 50 mal durchgespielt ich glaube dass ich bis heute noch monkey island 1 auf jeden fall monkey island 2 vielleicht ohne wesentlich zu viele mausklicks durch spielen kann also ich werde da nicht hängen bleiben sondern das wird einfach durchrattern nebenanekdote ich hatte ja ja das war damals ganz normal wenn man einmal den lösungsweg kannte dann hast du es halt in einem vormittag durchgespielt oder in einem sonntag oder so eins von den spielen und da hatte es gab zwar schon viele spiele weil man hatte halt noch keine arbeit und sonst noch keine verpflichtungen hat man sich halt hingehört morgens man kann ja nicht so reingeschmissen und abends warst du dann durch und wenn es weil es geil war irgendwann anders mal wieder oder wenn der freund dabei war ich weiß sogar noch dass ich monkey island 1 auf dem amiga hatte auf vier disketten und damals war es so dass disketten auch fehler haben konnten und das spiel war irgendwie so aufgesplittet dass der teil nachdem man vom schiff auf monkey island kommt dass der auf der diskette war die immer kaputt war und dann hat man immer so disk fix und so disketten reparaturprogramme drüber laufen lassen man konnte auf dem amiga aber nicht gut speichern oder irgendwie gab es irgendeinen grund warum man keine save games anlegen konnte das heißt ich habe dieses spiel glaube ich 20 mal bis zu dieser stelle gespielt um dann zu schauen ob ich endlich mit der vierten diskette ob die reparatur diesmal geklappt hat um endlich auf monkey island zu kommen hat natürlich nie geklappt aber irgendwann hat mir einer dann die vierte diskette irgendwo hergezaubert auf dem schulhof also eine neue variante davon und dann hat es funktioniert das war schön endlich spielen und so ging das halt durch mit den adventures die themen gerade angerissen krass die eigentlich alle so interessant sind wo man so viel erzählen kann ich kann zu jedem spiel zwei stunden sprechen glaube ich aber okay aber auch allgemein dann fange ich mit dem uninteressantesten an oder mit dem merkwürdigsten ich musste nämlich ganz kurz an eine sache denken als du erzählt hast dass im kunstunterricht monkey island szenen nachgezeichnet hast es gab bei mir auch mal war auch in kunst wo wir irgendwie ein wochenende erlebnis aufmalen sollten wir am montag oder am dienstag war halt kunstunterricht ich war irgendwie noch klein das war das war glaube ich noch vor der zeit also das war jetzt da war ich glaube ich noch in der grundschule man sollten das hat auch was am wochenende tolles erlebt haben und was habe ich aufgemalt ich habe irgendwie so eine komisch so eine nackt halb nackte frau in so einem bikini mit kette am hals gezeichnet ich hatte so eine halskette und dann also so einen ring am hals und so eine kette und ich glaube das hat damals ein bisschen für verwirrung gesorgt bei meiner kunstlehrerin was ich so am wochenende mache was war passiert ich hätte irgendwie im free tv so halb auch nicht so richtig verstanden was das überhaupt ist halt return of the jedi gesehen wo leia halt an job also hat gekettet ist und hat das im kunstunterricht dann halt gesagt das ausgerechnet die szene in sonne fand sie damals schon gut das text dazu habe ich nie gespielt aber da gab es ein text das war ja ja das ist das fehlte dann in meiner historie aber ich habe sogar auch im bezug ich erzähle das nicht nur aus quatsch weil es eigentlich ganz interessant ist dass eben lucas film games und lucas arts wie du gerade schon hergeleitet hast eigentlich ewig kein star wars spiel gemacht haben sondern also das erste weil es nicht x-wings gab irgendwie vorher noch so zwei ns games aber auch erst anfang der 90er 92 oder so das lag daran dass sie halt ihre lizenzen vorher schon alle für die ganzen 80er vergeben hatten an andere firmen halt und deswegen das ewig nicht machen konnten was vielleicht im nachhinein ein glücksgriff war ron gilbert einer der allerersten lucas arts oder lucas film games mitarbeiter hat im nachhinein im interview mal gesagt er glaubt wenn sie von anfang an die ganze star wars lizenz in house gehabt hätten hätten sie wahrscheinlich nie damit angefangen andere ips und andere welten zu ergründen vielleicht hat er noch so was wie indiana jones weil es dann natürlich auch eine lucasfilm ip ist aber ansonsten hätten sie es das halt gemacht weil das natürlich nur einigermaßen sichere bank ist wo du schon in den markennamen hast und dann das spiel schon mal guten start hat und das hatten sie eben nicht und deswegen haben sie hat echt viele spiele gemacht und kratzer in den 80ern bis mit der 90er war lucas arts auch immer eine firma die wirklich dafür bekannt war in der technik sei es hat grafik oder sound dann neue wege zu gehen und wirklich so ein bisschen vorneweg zu schreiten und da innovativ zu sein und auch von den ideen was hat umsetzen was dann später ein bisschen verloren ging so ab mitte der neunziger ende der neunziger bis heute halt und wird eines der ersten games die mir halt so wichtig waren beim x-wing und war auch eines der allerersten star wars games und auch das ist ganz witzig weil sie eben für viele glaube ich lucas arts eben diese adventure firma ist die halt diese großartige spiele gemacht hat monkey island und sam und max und david tentacle und alles diese super adventure und wie du schon richtig gesagt hast als vorgänger so ein bisschen von von x-wing gab es halt diese ganzen militärspiele und irgendwelche komischen schnell oder militärboot spiele es gab ihnen die secret weapons of the luftwaffe und das sind alles schon relativ für die zeit hartcorige simulationen die nein das war eine zeit wo die spiele noch die zugänglicheren simulationen waren weil es noch eine schippe drauf war die aber was auch nicht jetzt so nischen ding war wie heute wcs oder wie es heißt oder mcs micro pros flugsimulation war damals auch ganz normal zu spielen obwohl du nichts verstanden hast und so ein handbuch gab oder aber das war trotzdem geil aber ja aber tatsächlich ein bisschen ein bisschen ein bisschen zugänglicher ja im vergleich zu heute ist das hat relativ hartcorig und in dieser tradition dieser eher simulationslastigen spiele kann man eben x-wing und später tie fighter raus die ich so toll fand und da ist zumindest der vergleich oder das das attribut hartcorig vielleicht angebracht weil x-wing und tie fighter standen damals eine klare konkurrenz zu den origin spielen von oder von dem wing commander spielen von origin und während halt wing commander eher so ein dann akade lastigere spiel war mehr auf action und inszenation getrimmt war bei x-wing und tie fighter gerade auch der ein spaß dass es sich angefühlt hat wie eine simulation du musstest halt dein x-wing oder tie fighter fliegen und immer auf zig systeme achten es war wirklich beim flugsimulator weil ein ganzes keyboard belegt und doppelt belegt mit verschiedenen funktionen und du musst es immer energie umleiten zu den lasern und zu den antrieb oder zu den schildern und die schildern selber noch mal entweder nach vorne nach hinten dann musst du die laser umschalten ob du die irgendwie synchron abschießen möchtest oder einzeln welche bewaffnung nehme ich überhaupt mit dem kampf nämlich raketen mit oder ungesteuerte raketen oder heat seeking und so weiter das war schon recht anspruchsvolles spiel aber da habe ich mich irgendwie voll reingefuchst und ja viel spaß gehabt ich mich in x-wing oder x-wing nicht so ganz aber noch mal kurz um wing commander einzufangen was war das für eine krasse zeit also es ist bei mir in der historie mit mit timing von welche art von popkultur sache oder entertainment sache findest du gerade geil weil ich war zum beispiel relativ spät dran mit star wars irgendwie meine ganzen buddies kannten das schon und dann gab es irgendwie auf sat 1 mal so eine aktion alle drei star wars filme damals gab es nur drei liebe junge menschen kamen irgendwie samt sonntag nachmittag im so spät nachmittags und ich hatte halt von star wars schon gehört es kann sogar sein dass ich da schon mitbekommen hatte dass es irgendwie die ersten spiele gibt das muss dann extreme gewesen sein weil super star wars auf dem sns war es nicht und die ns spiele kannte ich nicht und das war so die so geil jetzt guckst du dir die endlich mal an damit du auch mal weißt was da der was der phase ist und ich weiß das noch wie geil ich das fand also ich saß da immer so sonntag 17 uhr irgendwie jetzt gehe ich in keller runter habe ich meine ruhe nehme noch eine tüte chips mit oder so hockt mich dahin und guckt mir zum allerersten mal star wars an so drei sonntag in folge wie so eine serien staffel und das ist natürlich obergeil also gerade weil das auch eine zeit war schon wo man alles was von lukas kam oder was von spielberg kam ungesehen super gefunden hat war auch das jahr 93 muss es gewesen sein also 93 ich glaube dass 93 das jahr war wurde wo das da was im fernsehen kam wo zum beispiel jurassic park im kino war was auch ganz klar war also der der war halt technisch irgendwie so ganz weit vorne fand man natürlich als 13 jähriger obercool mit den dinosauriern weil man dinosaurier als kind schon geil fand und alles was spielberg macht ist pures gold weil indiana jones gemacht hat dass man wo man dann auch schon vielleicht mal ein zwei teile gesehen hatte oder alle vielleicht sogar weil der buddy in video recorder hatte das heißt was spielberg anfasst ist gold und wenn lukas was damit zu tun hat dann ist es auch gold und wenn beide was zusammen machen es ist ein extra gold also das war halt einfach perfekt und dann kam star wars und star wars war perfekt und dann kamen spiele dazu und die waren auch noch so dass sie genau also die spiele die dann kamen dass sie genau die verschiedenen aspekte von star wars für dich als spieler eigentlich super umgesetzt haben das ging mit x-wing los später wurde metal fighter dann noch besser nämlich dieses es ist nicht nur so ein piu piu sondern ich fühle mich halt wenn ich in diesem raumschiff sitze nicht wie an so einem arcade automaten oder so oder space invaders mäßig irgendwie oder nicht mal wing commander mäßig wobei wing commander auch seine vorteile hatte weiß ich halt insgesamt wie so ein top gun film irgendwie angefühlt hat mit dem mit dieser space opera sondern nee es fühlt sich halt ich muss mir das halt echt drauf schaffen mit joystick und tastatur und dann beherrsche ich dieses raumschiff aber irgendwann und kann da halt echt mithalten mit den richtigen piloten weil ich dieses raumschiff wirklich fliegen kann und auch die verschiedenen systeme verstehe das andere war dann rebel assault ein jahr später was auch wieder was damals das cd rom hauptsächlich verkauft hat im prinzip oder zumindest für uns war kam es so rüber gibt bestimmt leute die wegen selbst gestern CD umgekauft haben aber bei uns war es halt rebel assault und deshalb dann dieses ganze filmische und die musik digitale musik von cd runter dann wieder zu dir an den rechner geholt was du auch von star wars so sehr geliebt hast wie die musik ja auch immer so wichtig ist bei den star wars spielen also in dem moment wo du war zumindest bei mir so wo wir in dieses universum so eingetaucht sind kamen dann auch schlag auf schlag bäm 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 von der filmer firma die nie was falsch macht reihenweise spiele die total super waren und die du halt auch ungesehen einfach spielen konntest und das rebel assault ein scheiß spiel ist war uns damals egal weil es geil aussah aber da kann x-wing und tie fighter und dark forces rebel assault rebel assault 2 also was willst du denn eigentlich mehr als teenager super hat auch damals schon gemerkt dass rebel assault kein gutes spiel ist aber halt sachen aus den filmen ja auf deinem computer sehen das war immer noch so zwei getrennte welten damals gab ja auch nicht dass man auf dem computer gestreamt hat das war wirklich noch so computer war ein arbeitsgerät irgendwie von papa aber eben auch so das wo man spielen konnte und dann war aber sowas wie film und kino und fernsehen war noch was ganz anderes das hat ja gar keine berührungspunkte aber dann plötzlich so was filmisches auf dem pc zu haben das war der platz der kopf das hast du konntest du halt kaum fassen was diese charaktere und dieses universum da so in dieser art und weise stattfanden und auch bei uns war es so dass rebel assault tatsächlich das die raumspiel war seven guests kannte ich nicht mal nie von gehört gehabt bis irgendwann viel viel später und wie dass ich eben diese zeit genommen haben das war wie nach dieser glücksfall als so anfang der 80er als halt ich sah was für mich zu dem zeitpunkt noch viel heißer waren und wie es hat sonst so üblich ist dass man eben zu einem aktuellen film so begleitend eine film umsetzung als spiel rausbringt da musste immer so mit der heißen nadel gestrickt werden weil du halt dann schon zu dem zeitpunkt wenn das in aller munde ist auch das spiel draußen haben möchtest und dann hast du halt eben so funktioniert spielentwicklung aber nicht weil du hast immer probleme und immer wird es nach hinten raus komplizierte und um das zu umgehen sind halt das hat sich ja noch mal später gebessert aber langen zeitraum und auch meistens in spiel umsetzung hat deswegen recht simple spiele irgendwelche komischen action dinge vielleicht zum jump and run oder uns ein third person ding aber auch alles halt nicht so gut weil das sind auch pünktlich rauskommen muss und da darf man nicht mal ein halbes jahr länger entwickeln und die star wars spiele hat dieses problem nicht weil sie konnten sich hat die zeit lassen weil der film ist eh schon 15 jahre alt da können wir uns auch jetzt auch ein halbes jahr länger für das spiel nehmen und müssen hat uns hat nicht so stressen oder auch mal eben nicht nur ein action spiel machen dann können uns halt vielleicht eine simulation vornehmen wie eben extreme datei weiter oder was ungewöhnlicheres wie dann redressort ganz schön cool ein bisschen war es schon ein thema somit der 90er ich besitze gar nicht im kopf waren die special editions noch mal wie released worden im kino es gab ja andere 90er noch mal die zeit als sie noch mal zurück ins kino kam das war für mich auch der heiße scheiß weil auch das ist immer wissen was was heute dann so vom gefühl schwer vorstellbar ist dass eben nicht alles ubiquitär verfügbar ist wenn ich heute bock auf star wars habe gucke ich halt star wars wenn ich irgendwas bock auf eine alte serie habe guck ich hatte eine alte serie damals anfang der 90er gerade noch so als kind wo du es nicht vielleicht auch selber kaufen kannst wenn du bock auf star wars hattest musst du halt warten bis seit eins irgendwann halt star wars zeigt weil sonst kannst du es halt nicht gucken und ich hatte ganz oft ganz am anfang diesen diesen bezug zu star wars immer nur so fragmentarisch weil ich das wirklich wie mit den version of the jedi irgendwie einen halben film aus versehen gesehen habe und ich habe bis ich irgendwann mal diese ganzen filme gesehen habe und die ganze story gestaltet habe und ich halt nur so halb gar ist ewig viel zeit vergangen aber deswegen war es halt umso cooler wenn das dir in den spiel nahe gebracht wurde und dadurch mich dann voll reingefuchst und wie gesagt dass man hat sich richtig teil der welt gefühlt in dem x-wing und dem teil weiter weil das hat dich so gefordert hat weil du dich ja wirklich einarbeiten musstest aber dann wurde das ja auch unglaublich belohnt das tie fighter kann man ja auch kurze zeit nach x-wing raus was ursprünglich als ein spiel geplant war x-wing und tie fighter dass man da frei wählen kann ob man jetzt für die rebellen fliegt für das imperium das waren nachher zwei getrennte spiele und das tie fighter war noch mal das viel viel bessere spielen auch das spiel was ich persönlich lieber mochte weil ich um das imperium auch immer cooler fand und wie geil das dann war also ich kann heute ich krieg heute noch ungelogen gänsehaut wenn ich halt an diesen spruch denke die empire bis on the verge of success und dann ist das und dann dieses pixel bild hat von palpertein wie er diesen satz sagt und dann wird das rumgeschnitten zu verschiedenen um so teil weil die rumfliegen zu einer raumstation die angegriffen wird und dann dachte ich ich fliege wie den imperator wie geil ist das denn und das hat mir so einen spaß gemacht und dann war das tie fighter das x-wing war ein ziemlich schweres spiel ich habe das glaube ich nie durchgespielt da wirklich viel spaß dran und teilweise auch ein wirklich schweres spiel aber war nicht auf diese unfaire art und weise schwer wie es x-wing noch war und das war halt wer du fliegst das imperium und da habe ich da habe ich wirklich noch ganz konkrete erinnerungen dran weil da fliegst du dann für das imperium und das fängt dann auch irgendwie so ganz nett an das verkauft ist ja auch total gut weil das imperium ist dann irgendwie so die coole so eine coole schutzmacht irgendwie und das ist ja nicht so wie es im film dargestellt dass immer die bösen wissen eigentlich fliegst du darum und machst immer so coole sachen und hilfst du bist ein bisschen die polizei aber die anderen haben ja auch selbst schuld wenn sie irgendwie immer so komische rebellen quatsch machen und die ordnung stören dann hat man sich schon ganz gern auseinander geschossen und bis hat immer so für das imperium geflogen und dann irgendwann kommt dann noch so ein zweiter strang in das spiel wo dann so der imperator auf dich aufmerksam wird und darf wieder da kommt plötzlich auf dem stern zerstörer was auch ganz cool war schon bei den x-wings spiel aber auch dann bei tie fighter ist dass du halt eben nicht nur so ein trockenes menü hast du dann aus jetzt nächste mission sondern du hast dich auch da teil der welt gefühlt weil du in so einem lebenden menü du bist immer so was hat im stern zerstörer und dann warst du irgendwie auf der haupthalle und dann bin tatsächlich was ich zum flugsimulator wollte ist hast du auf so eine tür geklickt im stern zerstörer und bis dann in den flugsimulator reingekommen haben was die tür auf in so einen kleinen zu einem kleinen zisch sound oder wenn du hat eben zu einem briefing wolltest bist du halt richtung hangar gelaufen und was dann da wurde von seinem imperialen offizier begrüßt der dann gesagt hat die nächste mission aussieht wobei das ja bei wing commander eigentlich schon früher und schon besser gelöst war also die ganze inszenierung außenrum war bei wing commander eigentlich besser dafür war es auch das einzige was besser war alles andere missionsstruktur steuerung komplexität trotzdem beherrschbarkeit überhaupt das gefühl sich im raum zu bewegen und nicht nur in so einer also nicht nur ein fadenkreuz zu bewegen und irgendwelche dinge anzuvisieren und zu schießen deshalb x-wing und tie fighter wesentlich besser gemacht und tie fighter auch noch mal so viel besser als x-wing also ich sag immer x-wing entschuldigung ich weiß dass es x-wing heißt aber ich sag einfach und es heißt aber x-wing weil wir damals noch kinder weil wir x-wing gesagt haben aber auch b-wing aber trotzdem nicht y-wing sondern y-wing das haben wir schon gecheckt und tie fighter wussten wir nicht genau nicht t-fighter genau auf jeden fall war das coole dann dann schon hinter dem imperialen offizier nämlich hinten rechts so eine komische dunkle gestalt wenn du die angeklickt hast dann hat er dir immer gesagt so herr der imperator ist auf dich aufmerksam geworden und wenn du hier in der nächsten mission noch wie dieses bonus ziel erfüllst und was ich nicht zwei container zerschießt oder irgendwas scannst dann findet er dich noch besser als vorher und dann hast du es halt gemacht und dann hast du da war sowas wie die wie die tanja aus der 4c so dann findet die mich gut und und das auch das unglaublich gut dieses unglaublich gute teil war der spiel du hast den teil weiter immer wenn du halt dass die mission musst du erst mal schaffen was hat schon nicht so einfach war man hast du halt dann immer dann ja das geschafft und wenn du halt aber noch so bonus ziel erfüllt hast du sekundäre ziele hast du dann noch so zusätzliche orden bekommen kannst du seine uniform angucken hat es auf der rechten brust hat es dann hat immer so viele mission die du erfüllt hast du immer so kleine orden und dann hast du noch für sekundäre ziele noch bessere orden und dann wenn du so viele abschüsse hattest und so dann wurde deine rechte brust immer besser weil er da immer sich orden und dann abzeichen und auf der schulter ganz schön cool aber für den imperialen offizier hast du versteckt unter der uniform wenn du den linken arm dann so die in den ärmel zurückgezogen hast hast du auf dem unterarm tätowierungen bekommen und dann kannst du die nicht auch mal angucken und dann hast du halt so zweigleisig eine karriere fortgeschritten in teil weiter und immer mehr orden und tätowierungen bekommen und dann ist dann tatsächlich hinterher noch das richtig coole war dass das dann noch manchmal widerstreit dann stand später dass du halt dass das dass der imperator etwas anders von dir wollte als dann die mission eigentlich von dir wollte und dann wo ist natürlich klar war ich ich diene dem imperator und dann mache ich da weiter und dann das zu ganz schön coolen sachen geführt also ist ein unfassbares gutes spiel dieses tie fighter fahren ja und es kam so organisch raus irgendwie ein jahr nach x-wing x-wing diese diese release zeiträume sind auch so krass so das erste 93 dann schieben sie im gleichen jahr noch rebel assault nach dann schieben sie im gleichen jahr noch day of the tentacle maniac mansion 2 nach was auch irgendwie so ein wahnsinniger fortschritt war gegenüber den monkey island spielen halt ganz neue neue grafik engine aber halt mit diesem großen comic look und einem writing dermaßen witzig und super rätseln kann ich auch heute noch empfehlen gibt es gab es glaube ich in jedem store schon mal ungefähr gratis oder die remastered version muss eigentlich in die sammlung rein muss man mal gespielt haben die rätsel das ist überhaupt nicht gealtert im prinzip das spiel ist immer noch vielleicht das beste adventure überhaupt da draußen dann ballern sie ein jahr später sim und max raus was auch wahnsinnig gut war also mit diesem sehr eigenen humor super zynisch super lustig von der geschichte her dann nicht mehr ganz so stark und da sah man dann bei den adventures schon so ein niedergang auf höchstem niveau also es hatte nicht mehr ganz dieses monkey island 2 day of the tentacle indiana jones 4 was vielleicht von der rätselqualität immer noch das beste überhaupt ist sondern dann ging es irgendwie so ganz leicht bergab es waren wahrscheinlich immer noch besser als alle anderen adventures aber gerade die dann kamen also sam und max dann vollgas slash full throttle und dann the dig und dann war es irgendwie mit den lucas arts adventures was für uns so merkwürdig war das mitzubekommen so auf einmal findest du sam und max zwar super aber nicht mehr ganz so obersuper wie day of the tentacle war und full throttle findest du dann gleich schon gar nicht mehr so super wie die beide waren und der dick hatte zwar irgendwie ein bisschen was aber ist irgendwie so ich weiß nicht was ist denn da passiert wieso wieso machen die nicht einfach wieder ein monkey island oder so wieso machen die nicht in der qualität weiter und gleichzeitig aber mit diesem shift hin zu star wars weil man sich halt für star wars einfach begeistert hat zu der zeit wurden da die spiele immer eher noch besser also x-wing war halt dass er das erste weil man es gewohnt war halt man man ist für die rebellen dann kam tie fighter und das war dann ganz normal dieses ich kann ich spiel da die bösen wie geil ist denn das das habe ich ja irgendwie noch nie gemacht und dann hat auch gleich ein viel besseres spiel aber auch nicht mal das gleiche spiel ein bisschen besser sondern halt auch mit ganz neuen taktiken weil du halt am anfang super verwundbar bist du hast da kein schild zum beispiel am tie fighter kriegst dann später schon schiffe die auch schilde haben und geht dann vom gameplay ein bisschen wieder so in x-wing richtung aber insgesamt flinkere schiffe nicht mehr ganz so behäbig viel interessantere story viel coolere missionen wahnsinn und dann auf einmal aus dem nichts und dann okay jetzt habe ich meine zwei star wars sozusagen flugsimulation gehabt dann ballern die dark forces raus wie doom also doom kam dann auch 93 raus fand man natürlich fantastisch war halt aber letztlich doch irgendwie ein bisschen stumpfes spiel mit einem szenario was eigentlich interessiert und jetzt bringen die in doom raus im star wars universum mit der musik mit einer total coolen geschichte mit einer viel schöneren grafik als doom und mit diesen ganzen gegnern die du irgendwie kennst und über diese ganzen spiele lernst du dann auch dann hast du dann natürlich star wars auf video mal wieder angeguckt lernst du auch die universen viel viel besser kennen weil du dann weißt aha keine ahnung du siehst halt in star wars wie dieses grüne wildschwein die tür aufmacht wenn sie in den palast von jabba wollen zum beispiel lernst aber über dark forces dass das eine gamoreanische wache ist dann siehst du bei im film siehst du halt diese komischen länglichen schiffe mit diesem dreieckigen antrieb und vorne diesem ding runter rumfliegen ist ganz normal erfährst aber bei tie fighter wenn du es liest oder bei x-wing in der missionsbeschreibung ja das ist halt eine nebulon b fregatte und dadurch gewinnt dieses ganze universum wenn du jetzt keiner bist der damals die bücher gelesen hat oder damals gab es noch keine wikis dazu oder so sondern du hattest im prinzip nur die filme und hattest die spiele und die spiele haben dir alles an background gegeben für die filme und das hat alles so super zusammengepasst das heißt beim nächsten mal film anschauen wusstest du viel genauer was das ist und das hat dieses ganze universum so geil zusammengeschmolzen irgendwie hast du gerade im vorbeigehen doom gedisst ich habe dumm ist ein stumpfes spiel es tut mir leid es ist ein fantastisches spiel aber es ist jetzt geniales spiel ja aber es ist stumpf ist es trotzdem ich bin heute rot im gesicht das ist in diesem ich muss hier mal kurz aufmachen das ist nämlich nicht du hast ja aber trotzdem das platzt mir fast der kopf du hast ja was unglaublich gluges gerade gesagt dass die spiele die filme besser machen also da habe ich nie so bewusst darüber nachgedacht eigentlich das ist eigentlich du hast da absolut recht und wenn man darüber nachdenkt ist es so offensichtlich dass das das ist was das auch so besonders gemacht hat dass eben das spielen von von einem extreme und tiefer wo du dich hat rein fuchs muss das war diese anspruchsvoll waren und du dann viele sachen einfach so nebenbei mitgenommen hast das ganze glaubwürdiger und tiefer und besser gemacht haben und dann hat auch die filme dadurch du kannst du eben schon gedacht hast du kannst das alles dann weiß ich dann weiß ich halt genau wie die ränge in der imperial navy aussehen plötzlich so was ich ja sonst nie weiß oder was die stärken und schwächen sind von den einzelnen schiffen und sternzerstörern und wenn dann eben so eine fregatte ankommt hat die jetzt eine chance oder nicht und wenn ich dann den film sehe hat das plötzlich eine ganz andere tiefe und wirkt halt dann viel näher vor allem du schaust dir den film an und sagst dann zu deinem buddy der natürlich auch teilfahrte und x-men gespielt hat so wieso greifen die nicht sofort den schildgenerator oben auf dem sternenzerstörer das ist die einzige verwundbare stelle oder bei den calamari cruisers da sind vor allem die dinger hier die hätten sie mal angreifen sollen und lauter so scheiß halt aber es passt so gut zusammen ja das stimmt das ist eine ganz schön kluge beobachtung dankeschön der scheiß deswegen werde ich später den podcast noch mal hören um diese stelle noch mal zu erleben ja das war übrigens auch die bei wikipedia ist es die erste lukas art titelzeit also wir sind mit monkey allen 2 in die lukas art era eingetreten 1991 und dann geht es mit rebel assault 2 weiter in die also das letzte dos spiel und dann geht es weiter in die windows ära vielleicht noch kurz zum wechsel hin zu lukas art lukas art hat ja natürlich dieses bekannte logo mit dem l förmigen also dass das violette l in dem lukas art steht und drüber dieses manschker das goldene männchen mit der sonne drüber und natürlich sind die arme und diese sonne und der kopf bilden zusammen auch noch ein auge ein auge mit einer wimper das passt irgendwie später gehört habe ich nie gesehen ja ist auch nicht so ganz gelungen aber ich also wir waren damals etwas schockiert dass dieses neue logo kam weil wir das alte lukas film logo total gern mochten übrigens schon im intro da kommt halt dieses logo bei indiana jones und dann spiegelt es und hörst im hintergrund und sollte diese ganze film inszenierung und auch jedes spiel mit der entsprechenden musik von john williams halt dann über midi oder über pc speaker aber das wertet halt sowas extrem auf dann haben sie aber aus dem späteren logo für jedes spiel so eine coole animation gemacht am anfang auf die man sich dann auch schon extra gefreut hat haben sich richtig mühe gegeben immer und was machen sie jetzt wieder mit dem männchen dann nimmt er irgendwann mal diese sonne runter und da wird er dann nicht schwer draus oder der läuft halt dann davon und lotter so zeug ganz toll ganz coole sachen gemacht ich wie eben gesagt hast das wurde 1991 zu lucas arts da haben sie es hat so ein bisschen getrennt da haben sie die waren ja vorher auf der skywalker range mit wo hat auch die film division und alles zusammen war und dann haben sie es so ein bisschen aufgeteilt und haben tatsächlich am anfang noch bei lucas arts war dann noch diese ganze industrial light magic das ilm und ein paar andere sachen mit drin für eine kurze zeit bevor sie das noch mal extra ausgegliedert haben und lucas lucas arts dann tatsächlich nur für spiele zuständig war weil ich glaube dass das auch eine rolle gespielt hat wie eben gesagt hast dass das besondere auch mit war wie gut die musik war das liegt natürlich daran dass sie bei solchen franchises wie indiana jones oder star wars einfach das schon vorgegeben und mitbekommen einfach aus der franchise raus aber ich glaube durch ihren hintergrund dass die eigentlich aus dem film kommen war ihnen auch bewusst wie wichtig das ist was das eben für eine rolle spielt was bei anderen studios ende der 80er anfang der 90er eben nicht der fall war da waren es ja oft noch kleine teams oder da hat hat eben dann der programmierer was mit der wichtigste teil eines teams war die programmierer da hat er eben noch die musik gemacht mein gott das kriegt er eben gerade auch noch hin aber ich glaube bei lucas arts war dem von einfach an klar aus dem film hintergrund die musik ist extrem wichtig um irgendeine stimmung zu transportieren oder um etwas darzustellen und das hat man auch in den spielen dann gemerkt ja und auch kamera perspektiven und auch die charakterisierung zum beispiel ich bin jetzt mal loom raus bei loom basiert die musik zu weiten teilen auf schwanensee von peter tchaikovsky was dann wahnsinn ist wenn du loom gespielt hast als kind und du bist jetzt kein klassik-fan gewesen und kanntes tchaikovsky nicht und dann hörst du später schwanensee und dann macht es auf einmal klick und also mein gott das ist ja das ist ja diese musik also ja ja stimmt das sind auch viel cool und dann was das ist klassische musik und dann macht es auf einmal klick und du hörst dazu auch gott das ist ja das damals aus der gläsernen stadt in loom zum beispiel auch bei mal kurz hinscrollen bei monkey island zum beispiel also das hat sierra auch nie geschafft die hatten immer so ein bisschen sehr viel wert auf vga grafik gelegt und so aber es ist nie großen soundtrack irgendwie hängen geblieben und bei monkey island haben sich natürlich auch ins zeug gelegt und du kennst bestimmt zehn melodien aus monkey island kannst vielleicht nicht alle pfeifen aber wenn es dir einer vorpfeift weißt du sofort okay das ist die normale musik das ist die musik von lago im zweiten teil das ist die sumpfmusik das ist die musik von der voodoo frau und das hat sofort entsteht da so ein so ein eigener kosmos dass sie da so eine franchise aufgebaut haben die in sich total gut funktioniert die sie übrigens auch gott sei dank nie verfilmt haben hätte vielleicht sogar geklappt aber wozu das eben sierra erwähnt das waren zur hochzeit adventures ebenso ende der 80er anfang der 90er bis mitte der 90er waren das die beiden großen konkurrenten menschen von dem grafik adventure bereich und während sierra so insgesamt zu dem zeitpunkt zumindest so die kommerziell erfolgreicheren spiele oft waren waren die lukas art spieler die cooleren spiele irgendwie also ich habe auch von den quest spielen kaum eins gespielt wenn du so durch zufall aber die lukas art spiele waren immer die spiele die man spielen muss sonst hat auch immer die geileren games so auch im freundeskreis war das immer so die meinung war gar nicht die frage und sie sind ja ganz explizit in abgrenzung zu den seriespielen entstanden eben ron gilbert einer der ersten lukas arts mitarbeiter und auch dann der gründer von creative director der das bisschen als sich ausgedacht hat die monkey island serie das ist ja auch derjenige der dieses manifest damals geschrieben hat wo er schon irgendwann ende der 80er gesagt hat adventures sind eigentlich scheiße und warum sind sie scheiße und hat dazu zehn gründe aufgezählt und die könnte dann eigentlich alle eins zu eins auf server spiele mappen das ist unfair weil die wahl hat die marktführer und die erfolgreichsten beliebtes adventure von daher wenn er sich dann natürlich am adventure-genre abarbeitet trifft das irgendwie fast alles auf server spiele zu aber eben ihr ziel war es halt das besser zu machen und eine sache schon genannt dass eben nicht sterben kann das waren spiele ich habe nicht viele gespielt aber ich weiß das noch wie ätzend das immer war weil wenn du spaß am spielen hast vergisst du halt ganz gerne mal zu speichern und dann spielst du halt so zehn zwanzig dreißig minuten vor dich hin und in series spielen war es gang und gäbe das halt du stirbst und zwar nicht mal durch sachen wo du denkst du ja gut da hätte ich drauf kommen können wenn ich mich jetzt hier unter den ambos stelle dass es gefährlich ist okay läuft er durch die wüste und auf einmal wird stichtlichen scorpion weil die falsche route gelaufen ist der dankeschön alles das ist adventure spiel lebt ja davon dass du die umgebung anguckt dass du du musst ja mal ganzen hotspots erkunden du musst wissen was sind hier für gegenstände im raum was kann ich mitnehmen und wie kann ich sachen kombinieren mit wem kann ich reden das ist jetzt die grundlage des spiels und in series adventures wurdest du hat ständig dafür bestraft dann guckst du den briefkasten ist eine giftige spinne drin und weiß ich bist du tot guckst du in den baumstumpf tot gehst du rechts durch die tür tot und das war dann immer das war denen schon bewusst ist auch so nette art und weise gemacht und wenn das spiel besser war hat es noch eine lustige animation gemacht und den sound und und dann war es irgendwie schon ganz cool aber nicht so cool ist es wenn du gerade 20 minuten nicht gespeichert haben und die ganze scheiße noch mal machen muss gibt es übrigens ein riesen gag weil weiß jahre zumindest die ich glaube so space quest 3 kings quest 3 und 4 ne kings quest 4 5 und space quest 4 dann so also die zeit ungefähr die hatten einen sehr typischen todes screen da tauchte dann so ein weißes fenster auf mit you have died bla 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 restore restart quit also konnte es entweder laden oder von vorn anfangen oder halt alles hinschmeißen und bei maki allen 1 gibt es so eine szene da läuft er auf so einem fels plateau ganz nach rechts dann bricht unter ihm das plateau weg und er fällt dann einfach nach unten so völlig aus dem nichts und dann taucht hat genau dieser screen auf restore start quit und du denkst du so eine scheiße bin ich jetzt hier auch wieder in einem sierra adventure und dann kommt aber von unten genau so wieder so pop und landet auf diesem plateau und dann so ja unten stand ein gummibaum nicht der beste geld aber damit in dem fall dachte das ist schon sehr geil soll bei euch hat nicht genau da haben sie noch mal auf die nase gebunden obwohl es gibt ja das ist ganz cool erst manche dann kannst du nicht doch sterben das ist in der wenigen jahre das art wo du sterben kannst da muss es aber auch dann schon fast darauf anlegen das ist so ein witz weil die ganze zeit sagt er kann zehn minuten die luft anhalten das ist ja eine seiner tollen stärken warum er auch gerade werden musste weil das kann er das kann kein anderer und gibt eine szene wo du halt dann tatsächlich unter wasser gefangen bist und da entkommen musst aber in zehn minuten lang hat dieses rätsel nicht löst dann fängt er anzulaufen dann stirbst du übrigens eine super lösung für das rätsel weil du da unten stehst und denkst dir scheiße jetzt bin ich hier wie komme ich denn jetzt hier wieder raus weil sich hat jemand mit so einem ding an dem seil um den hals herum versenkt hat ja nimmst halt einfach das ding steckst du gehst wieder raus und noch viel cooler ist wenn es aber halt auf den geld anlegt wenn du nicht darauf kommt oder wirklich auf den geld das anlegst und zehn minuten eben das nicht löst und er dann stirbt ist hat unten links immer diese werbenleiste ausnehmen und gehen und anschauen und dann ändert sich das alles was halt eine leiche in der wasserleiche machen kann und natürlich nicht mehr gehen anschauen sollte das verwesen rumtreiben und so weiter stinken haben sich auch mit dem stinken das hat diese ganzen kleinen gags dieser dieser dann ausgemacht dann da merkt man halt auch dass sich da leute mühe gegeben haben und das ich finde so gerade die handschrift von tim schafer oder tim schafer die zieht sich durch alles durch weil denn sehr eigenen eigentlich unbedingt eigenen aber einen sehr coolen humor hat der perfekt hat zu so einem entertainment produkt passt also das fühlst du irgendwie wenn der seine finger im spiel hatte weil der so eine ironische popkulturell anspielungsmäßige art hat die immer ganz gut funktioniert ganz kurz zu sierra noch gespielt haben wir die damals natürlich trotzdem es war aber immer der eine unterschied neues lukas als adventure kommt raus wir spielen es selber durch also dann trifft man sich halt vier nachmittage in folge hockt da zu zweit vom rechner oder zu dritt je nachdem und löst diese ganzen rätsel oder wenn man nicht weiterkommt ruft man halt den aus der achten klasse an der es schon durchgespielt hat also der ältere bruder von irgendeinem und holt sich dann tipp sierra adventures grundsätzlich wegen diesem ganzen frustrationsfaktor nur wegen der optik und der geschichte die meistens nicht so super war aber allein die optik was wert nur mit komplett lösung aus der powerplay dann halt ein monat später oder war die halt dann drin stand so war aber auch geil weil dann hast du also okay neues larry wartest der monat und dann spielst du es halt dann mit lösung durch hast einmal diese ganze grafik bracht gesehen und gut ist stichwort grafik bracht wir müssen in die späten 90er kommen denn wir sind ja gleich was du ihm schäfer angesprochen hast ja absolut recht und witzigerweise hätte der vielleicht beinahe gar nicht bei lukas arz gearbeitet also der war rohn gübert hat wie gesagt manche einen davon und tim schäfer aber war bei einer mit der genannt keine ahnung auf jeden fall die ja maßgeblich mit dran beteiligt waren aber jetzt diese lustige oder schöne geschichte wie er sich bei lukas arz beworben hat er hat das gesehene ausschreibung von lukas arz eben und hat sie erstmal telefonisch da gemeldet und wir haben eben darüber gesprochen dass das erste spiel ballblazer war von lukas das aller allererste und da hat er halt telefon interview im vorgespräch gesagt ja wer hat so ein fan von lukas arz deswegen wieder dahin weil er hat immer ballblaster gespielt und dann wäre der von den sich den da einstellen sollte der das telefon interview geführt hat ballblaster ja ballblaster fand er voll gut und dann hat er ihm hat gesagt dass das problem ist dass das ein kopierschutz war und es gab verschiedene arten von kopierschutzen und ein kopierschutz war wenn du es dir kopiert hast und das spiel hat das gemerkt dann hat es war es nicht unspielbar was fehlt ein paar sachen und es hielten nicht mehr ballblazer oder ballblaster dann stehst du natürlich ein bisschen duft da bei der firma wo du dich krabbel bewirbst wenn du dann halt ziemlich offensichtlich das so machst naja der hat ja trotzdem gesagt na gut schick trotzdem eine bewerbung rein und er hat das gefühl so fuck das lief gar nicht mal so gut da habe ich jetzt nichts mehr zu verlieren und anstatt eine normale bewerbung zu schicken einfach mit lebenslaufenden textform hat er halt in form einer art eines tech adventures oder grafik adventures das hingeschickt er das nicht als programm geschrieben aber jetzt ausgedruckt sowie so comic panels von so einer kleinen geschichte und rechts davon als textform wie er durch diese geschichte wandert und das praktisch wie er lucas arts besucht wie er dazu ein forschungsgespräch ist und wir von denen angenommen wird und dann total glücklich als programmierer bei lucas arz arbeitet so eine vierseitige geschichte hat dass das eingeschickt als bewerbung und wurde dann tatsächlich auch genommen wie bei uns bei der gamestar wo ungefähr 80 prozent aller genommenen bewerbungen die leute darauf kamen so ich könnte einen test über mich selbst schreiben oder ich mache eine ein heft über mich so schon so oft gesehen aber oft oft steckt auch echt viel arbeit drin und es wurden echt einige genommen die es so gemacht haben ich würde gerne ins jahr 1997 springen denn das 19 1996 ist ganz schön dürftig da kam ganz kurz kurz nicht mehr nicht mehr viel aber sam und max war tatsächlich dann spielt solche da weiß ich nicht was ich falsch gemacht habe ich das noch alles kauft habe aber das habe ich halt auf englisch gespielt das war auch wie gesagt bei lucas arz eben so toll war ein spiel was ich mir gekauft habe auch wie tie fighter schon zu dem zeitpunkt aber da habe ich mich so schwer mitgetan weil das so viel wie eben die manche einen spieler auch auf wortwitz beruht aber noch viel viel mehr fand ich das haben wir in der hinsicht glaube ich das extremste was so wortwitz und doppelwürdigkeit und so weiter weil das eigentlich fast davon lebt weil auch ganz hat die beiden charaktere sam und max der hund und der hase so sarkastisch auch miteinander reden und die sind ja total zynische charaktere und das funktioniert halt nur so und das da war ich relativ enttäuscht weil weil ich halt nicht mal wie bei monkey island wenn ich vielleicht die wortwitze nicht verstehe als kleiner bub auf englisch dann noch diese piratgeschichte habt das ist halt so auf einer anderen eben stattgefunden dass ich da gar nichts von hatte und da ist natürlich von spielen wie full throttle oder so hatte ich dann mehr weiter die geschichte bisschen mehr straight forward ist habe ich bis heute nicht durchgespielt das einzige lucas adventure was ich nie durchgespielt habe und diese remastered version die habe ich mir für das ipad mal gekauft die ist anscheinend total buggy und eine einzige scheiße deswegen habe ich mich da jetzt nie so durchgequält das ja weil es gerade sagst ich weiß dass ich sam und max auf deutsch gespielt habe ich die cd version schon mit deutscher sprachausgabe day of the tentacle komischerweise nicht und ich weiß nicht warum ich habe zum beispiel wenn ich bei day of the tentacle die die englische sprache höre dann beamt mich sofort wieder ins jahr 94 zurück und das ging auch wie lange war ich da ja gut da war ich dann schon 94 so achte klasse oder so das heißt mein englisch war schon gut genug das war dann schon machbar was ja mit max komischerweise kann ich mich an überhaupt keine englische sprachfassung erinnern und bei day of the tentacle wenn ich die deutsche höre da denke ich mir so was denn das sondern da braucht man schon die englische hands of that hamster und so das war schon noch die zeit 3 4 richtig mit nicht so richtig mitgekommen habe welche spiele rauskommen zu welchem zeitpunkt und dass die day of the tentacle habe ich gar nicht mitbekommen zu dem zeitpunkt ich war halt so extrem und tie fighter geil und irgendwann später das und das und day of the tentacle habe ich später erst mit den berühmten besteller games mit der ersten also den bestseller games wo dann immer diese vollversion dabei ran als cd version hat man natürlich da total begeistert hat aber gar nicht mitbekommen dass das schon ewig gibt habe ich auch bei dem freund in hamburg gespielt damit in so einer witzigen nacht session ist am stück durchgespielt so bis weiß nicht irgendwann spiel abends angefangen bis nachts um drei oder so und dann waren wir an dieser stelle es gibt eine stelle wo so eine actioneinlage ist da musst du halt fährst du irgendwie in so einem truck und jemand gibt von einer kühlerhaube und du musst mit so einer brechstange den so auf die finger hauen dass der um eine kühlerhaube wegfliegt und dann dich nicht mehr belästigt wir waren also völlig übermüdet so nach so viel stunden vom vorteil am stück das ist nicht mehr geschafft haben das richtig zu klicken dass er mit der blöden brechstange den weg wir haben es dann abgebrochen und am nächsten morgen dann das ende gespielt aber auch das hat echt viel spaß gemacht cooles game gewesen day of the tentacle da gab es die diskettenversion in einem also es gab in ingolstadt gab es zwei spiele läden in keinem von beiden arbeitet übrigens gunnar lott was komisch war aber der war wahrscheinlich in kassel und göttingen sehr busy aber in dem anderen spiel dann arbeitet lustigerweise einer wenn ich jetzt an die zurückdenkt der chef von da der sieht aus wie gunnar mit so einem fokuhila in meiner erinnerung ne ich glaube es nicht aber wer wer mal herr lehmann gesehen hat zum beispiel wie detlev book als karl schmidt da aussieht wird das ist genau so eine frisur hatte der nur mit gunnars gesicht aber fantastisch was was gehirn einem für streiche spielt aber in diesem spiele laden gab es die diskettenversion von day of the tentacle das war der erste spiele laden der auch pc spiele verliehen hat also beim foxy games da gab es so super nintendo module und auch ganze super nintendo zum ausleihen übers wochenende was praktisch war es war teuer aber hast du ja den super nintendo mal mitgenommen mit street fighter für zwei tage wenn der buddy da war die option in einem spiele laden disketten spiele auszuleihen hat natürlich den spiele markt in ingolstadt revolutioniert also was da ein zulauf war in diesem laden und dann musstest du natürlich reservieren und dann so am samstag kannst du die disketten mit nach hause nehmen wenn du sie nicht eh schon also wenn ich eh schon dann kumpel die am donnerstag mit nach hause genommen hatte naja das ging dann aber nicht so lange irgendwann haben sie dann nur noch cd versionen verliehen komischerweise aber egal wir sind im in den späten 90ern in der windows ära und da würde ich gerne einsteigen also ich würde gerne überspringen das spiel afterlife warst du das erste so was ist das für ein scheiß weil wir natürlich dachten lucas arts macht nur perfekte spiele und dann kam afterlife raus hat man glaube ich mal die demo gespielt und dann so interessante idee man muss himmel und hölle aufbauen aber totaler blödsinn hat keinen spaß gemacht rebellion wirtschaftsstrategie formation star wars auch nicht x-wing versus tie fighter auch nicht weil multiplayer damals kein thema war es doch ein bisschen besser aus aber oder war es bei dir thema ja bei mir war es thema natürlich war ja ich war der riesen x-wing-fan und dann tie fighter da habe ich mich ja nicht mehr eingekriegt und das ewig gespielt und als ex-wing versus tie fighter rauskam habe ich mir es tatsächlich auch gekauft und war dann einigermaßen enttäuscht weil ich habe es erst wirklich zack zack gekauft und das war halt hauptsächlich im multiplayer spiel und und die kampagne war halt wirklich mies im vergleich zu grad zu tie fighter was das ist ein sensationelles spiel und das haben auch gemerkt man hat nicht mit dem vergleich gehabt man hat nicht diesen umfassenden genre überblick die man heute hat und auch nicht die erfahrung aber man hat schon irgendwie gemerkt wenn ein spiel mies ist und das habe ich bei dem spiel relativ schnell gemerkt und war dann ganz schön enttäuscht aber war es so mies ja im vergleich zu das war total lieblos zusammengestückelt ich glaube die mission an sich waren gar nicht schlecht die die mission an sich war schon okay aber es war alles nur so durch ich habe es nicht mehr perfekt im kopf alles so durch eben nicht mehr dieser cooles sternzerstörer auf dem du bist so wie als lebendes menü dass wir nicht die geschichten die ist nicht mehr so eine gute zusammenhängende geschichte sondern im prinzip waren das einfach nur so multiplayer schlachten mit bots die schon irgendwie recht die einzelne mission an sich ganz cool war aber es gab nicht mehr diese coole umfassende geschichte die alles verbindet es gab nicht mehr diesen imperialen offizier der und den vom imperator und so weiter es gab einfach dieses dieses ganze tun warum die atmosphäre war völlig flöten ist ja noch einzelne spiel einzelne missionen aneinander gehängt und das war als single player erfahrung ganz schön enttäuschend ich habe tatsächlich mich ein bisschen dann mit dem multiplayer angefreundet hatte da auch ein paar coole erfahrungen also dass dann gegen irgendwelche leute gespielt die es auch hatten und das war aus zweierlei gründen cool und besonders cool und besonders was aus dem grund weiß hat einfach nicht viele leute gemacht haben und man hatte sich immer dann wenn man mit einer leute das gespielt hat was mal was total besonderes und dann hat man sich mit deutsch geschrieben die waren dann aus usa oder aus asien oder so weil das halt obwohl das jetzt kein matchmaking diesen hat aber es war einfach gar nicht die community war gar nicht so groß du hast immer dann so nebenbei in dem text chat bevor die mission stattfand dann total coole leute nicht kennengelernt aber überhaupt ist das gefühl dass cool das spielt gerade einen usa und ich spiele jetzt mit dem das war damals der wahnsinn nicht so cool war das eben damals noch gar nicht so was gab wie dsl überhaupt standleitungen sondern man musste sich damals noch mit einem modem über die telefonleitung irgendwo einwählen das hat mehrere probleme mit sich gebracht erst mal ist es wie das kennt man hat alles nicht mehr vielleicht junge leute sind jetzt ein bisschen überrascht alle anderen kennen das noch man hat hat eine telefonleitung das heißt wenn ich mit meinem modem im internet bin kann man nicht gleichzeitig telefonieren deswegen haben die eltern sich halt zwei jahre in stubenarrest geschickt wenn du das irgendwie zu ungünstigen zeiten machst das heißt man konnte es erst mal nur machen wenn erst mal keiner telefonieren möchte oder es keiner mitkriegt das heißt irgendwann am abend so außerdem hat es hat irrsinnig viel geld gekostet so eine stunde sich irgendwo halt mit dem internet verbinden hat fünf bis zehn mark gekostet aber das war unglaublich teuer zu der zeit das für ein computerspiel das fanden die eltern ganz toll natürlich fanden die auch ganz toll aber es gab noch die zeiten wenn du irgendwie dann nach zwölf uhr nachts das gemacht hast hat es nur noch drei mark gekostet also das heißt man hat dann obwohl man am nächsten tag schule hatte dann nachts um eins extrem großes tie fighter gespielt mit irrsinnigen lag gegen andere leute die woanders her kamen für viel geld das war so nicht wirklich praktikabel aber es war irgendwie noch etwas besonderes deswegen der teil war dann schon ein bisschen cool aber nichts wo ich mich wirklich so trief versenken könnte weil eben die umstände das alles behindert haben und dann kam irgendwann aber noch später ein addon raus balance of power und das hat das dann wenigstens ein bisschen gefixt weil das dann irgendwie mehr den diese ganze solo kampagne und die solo experience in den vordergrund gerückt hat und das war dann wieder ganz cool aber insgesamt wie eben schon gesagt hast mit dem afterlife nach nach x-wing was ein super spiel war tie fighter das bessere spiel die ganze adventure der hammer habe ich hatte ich plötzlich das exe nur das tie fighter wo ich gemerkt habe das ist schon irgendwie das was es machen will kompetent aber als gesamtprodukt funktioniert es überhaupt nicht so gut und es war eine enttäuschung ja und das war halt was was man freundlich gewohnt und nicht die einzige ich finde da geht lukas arzt dann in so verschiedene richtungen also die große adventure zeit geht irgendwie zu ende mit de dick dann gibt es noch mal das wahnsinnig geniale der curse of monkey island also monkey allen 3 1997 wo sie es noch mal geschafft haben und das beste monkey island würde ich so nicht unterschreiben aber ich verstehe wenn man es so sieht ich finde das ist ab der hälfte nicht mehr ganz so geil ich finde vor allem der erste part oder die erste hälfte vom spiel ist super aber als es dann auf die zweite insel oder so geht und bei den meister suppes dann und dann am ende mit dem mit der achterbahn und irgendwie ich finde das verliert sich irgendwie mal so ein bisschen aber mein gott das darf es auch das hat das kurz einzuordnen für die leute man ja den 2 eigentlich zum ende hin auch aber okay nicht nicht ganz so da noch drin sind das war schon die zeit bis zur mitte der 90er man 3 kam eben 1997 war so die hochzeit der grafik menschen eigentlich von anfang der 90er bis mitte der 90er und da war das schon so insgesamt das ganze genre auf dem absteigenden ast und dann kommt plötzlich hat 97 und spiel nachdem man schon so merkt so eigentlich sind andere spiele eher so die shooter sind plötzlich da oder auch gerade echtzeitstrategie so fängt an ganz so die spiele das eigentlich der neue heißes scheiß und adventure sind nicht mehr so das dolle kommt manche island was inhaltlich hat top ist aber auch von dem production welcher sieht unglaublich gut aus auch heute noch spiele noch davor auch selbst und der tentacle was auch noch mal ein sprung gegenüber manche 1 und 2 war weil es hat er die ganze animation und viele zwischen sequenzen und fullscreen abgespielt hat war aber noch so pixel ich auch manche 1 3 ist im rückblick so ein bisschen die auflösung nicht so toll aber es hat sieht eigentlich aus wie ein zeichentrickfilm das sieht hat von der anmutung her aus wie so moderner film und das war damals kannte man damals gar nicht so das sah sensationell aus vor allem guy brush der ja ein sehr beliebter charakter war den übersetzen sie im zweiten teil ist er immer noch so eine pixel figur sieht ein bisschen anders aus mit dem bad kann man nicht so ganz einordnen ist aber immer noch guy brush und dann entwickeln sie für den dritten teil einen grafik stil den du sofort mit monkey island verbindest also auch die ersten beiden teile würden in dem look genauso gut funktionieren und das musste auch erst mal schaffen dass du bei einer bei einer bestehenden franchise einen relativ mutigen mit diesen bizarren wolken und so comic grafik stil etablierst der sich sofort total richtig anfühlt finden auch im deutschen und im englischen synchron sprecher der genauso klingt wie du glaubst dass guy brush immer schon klingen musste also wirklich alles richtig gemacht wahnsinnig gut der humor passt die rätsel sind richtig gut ich finde nur eben gesagt im ab der hälfte irgendwie gibt es ganz leicht aber auf sehr sehr hohem niveau allgemein ist wobei allgemein ist indiana jones 4 glaube ich von der rätselstruktur immer noch das beste und day of the tentacle im gesamtpaket aber auch die haben zum ende hin schwächen seien mit max auch also immer so im letzten viertel oder so werden die alle ein bisschen ist so ein bisschen die luft raus aber scheißegal ist immer so ein bisschen persönlich eingefärbt diese ja wahrscheinlich auf einer objektiven ebene ist ich sage alles so doch wenn ich sage schon nicht im gefühl ist es hat einfach wirklich so manche ein drei das war ja ich war hin und weg wie unglaublich sensationell dieses spiel ist ja und damit ist dann quasi die klassen sind die klassischen franchises durch es kommt kein indiana jones adventure mehr sondern es kommen noch zwei action spiele im stile von tomb raider nämlich indiana jones und der turm von babel was mittelgeil ist es hat ein tomb raider in dem man in die spielt naja gibt schlimmeres und das dann noch viel coolere indiana jones und die legende der kaiser gruft für pc und die xbox 1 also die alte xbox was dann noch mal für sehr viel geiler war mit tollen faustkämpfen und so weiter und dann ist indiana jones eigentlich erst mal durch bis dann lego indiana jones wiederkommt bei monkey island kommt dann noch ein teil das grauenvolle flucht von monkey island dass diese die eh schon nicht besonders gut gelungene steuerung von grim fandango übernimmt über das wir gleich vielleicht noch sprechen scheußliche geschichte hässliche charaktere blöde rätsel hat man nur gespielt weil es monkey island hieß hat aber mit monkey island als solches eigentlich nichts zu tun und dann ist die serie auch erst mal tot bis es dann mit diesen tales from monkey island von telltale irgendwie jahre später wieder aufgewärmt wird was aber nie wieder diesen zauber bekommt wie in den ersten drei teilen muss auch nicht sein es haben die haben dann die ersten beiden teile noch mittelgeil in so eine special edition übersetzt also mit moderner grafik in die beide schon noch ganz gut funktionieren aber hauptsächlich deswegen weil du es auf modernen system spielen kannst und in die alte grafik umschalten kannst denn die hintergründe in den neuen versionen sind ganz cool aber guy brush sieht in beiden eigentlich total behindert verzeihung falsches wort tut mir leid total bescheuert aus und irgendwie herzlos und naja das habe ich kann man schon mal machen aber das ist einfach eine lieblose lieblose nummer ich habe das nie verstanden liegt das daran dass sie nicht genug geld hat oder zeit oder den willen weil ich habe eben schon richtig gesagt hast ja aber ja ich verstehe dass natürlich cash grab heißt ja einfach dass sie was möglichst billig rausbringen um halt irgendwie noch mal geld machen da hast du sicherlich recht dass das schon aber sie haben sich schon ein bisschen mühe gegeben was ich halt überhaupt nicht verstehe ist wir haben ja eben festgestellt und das kann mir kaum vorstellen dass jemand anders sieht dass sie es halt geschafft hat mit monkey allen drei diesen pixel look den sie vorher hatten in ein ganz anderes ein ganz anderen stil zu übertragen eben diesen in diesen zeichentricks die aber es punktgenau und perfekt geschafft haben so besser geht es nicht einfach alles gestimmt und dann schafft machen sie mit den mit diesen mit diesen special editions monkey allen eins und zwei plötzlich auch irgendeine art von zeichentrick anmutung aber übernehmen nicht einfach den stil den sie mit manchen drei etabliert hatten sie haben die perfekte vorlage es ist einfach nur diesen stil nehmen warum machen sie denn plötzlich noch einen ganz anderen das habe ich oder zwei andere weil dass er die special edition von monkey allen eins sieht noch mal anders aus als die vom zweier und ja es geht schon also ich finde ich finde du siehst schon was sie versucht haben weil gerade bei den figuren die wirken schon irgendwie so transferiert in die moderne grafik aber es fehlt halt so der zauber trotzdem kann man die spielen wenn man sie einfach in der alten version spielt oder zwischendurch hat mal immer rüber selbst aber trotzdem sagt man sieht was sie probiert haben warum probieren sie denn überhaupt irgendwas warum nehmen sie nicht die perfekte vorlage man 3 vielleicht war die schwieriger umzusetzen weiß man nicht das ist eine der sachen als es raus kann dass das ist so selten dämlich deswegen das steht immer auch in der liste das allgemein mache ich ja auch martin spielt immer so retrospiele die einzigen retrospiele die ich konkret immer ausnehme sind die paar die wir auf gamecube immer noch mal vorhaben zum beispiel man kann ein 3 schon seit langer zeit und so oder so was viel loom das kam ich dann bei mir immer aus dass ich das hat nicht mache und manche allen 1 und 2 sind unsere sachen mal gucken aber prinzipiell ist es halt ganz cool dass man das relativ leicht auf neuen system spielen kann ja und da steht es aber nie zur debatte ob man das in der neuen optik spielt weil das hat ebenso so daneben ist dann ist es cool dass eine pixel optik zu spielen aber ich käme nie auf den gedanken außer zweimal hin und her zu schalten um zu sehen wie das dazu ist das in der neuen optik zu spielen weil es halt so vermutzt ist ja naja vermutzt ist sagen wir noch mal schnell ein highlight was eben schon angesprochen 1998 kam eben noch grim fandango ja das ist vielleicht auch einigen gamecube zuschauer noch ein begriff weil wir das remastert vor zwei jahren oder so noch mal hier auf dem kanal gespielt haben und da hatte ich mich damals schon sehr darauf gefreut als das remaster angekündigt wurde weil ich so gute erinnerungen an das spiel hatte und ich muss sagen die wurden jetzt eigentlich auch beim normal spielen nicht enttäuscht was man nicht von jedem retro spiel sagen kann nein vor allem weil sie in die remastered version die maussteuerung zurückgeholt haben die sie damals aufgegeben haben weil man dachte ja 3d und wir haben irgendwie vorgewendete hintergründe und bewegen aber unseren charakter mit dem gamepad dadurch was nicht gut funktioniert ging schon aber mit der maussteuerung ist es um einiges cooler hat man sich ja viel mehr aufs spiel konzentrieren und eiert nicht blöd in der gegend rum und das spiel alleine für das szenario und deren dessen umsetzung hat das jeden preis schon verdient also setzt mal diese tag der toten mythologie aus mexico in dem film noir um mit so coolen charakteren und einem versicherungsagenten und diesem art deco stil und dem soundtrack also bau das mal so zusammen dass das alles so ein sinniges ganzes ergibt auch zum ende hin ein paar schwächen oder recht abrupt aber insgesamt so gibt wenig coolere spiele die also wo die das ganze art department einfach alles richtig gemacht hat und das rätsel department auch und die charaktere auch und also kann man kaum meckern eigentlich das letzte das letzte gute oder das letzte richtig fantastische lucas arts adventure auf jeden fall spielen gibt es auch remastered für glaube ich alle systeme kostet inzwischen wahrscheinlich auch nicht mehr viel besser als die modernen adventures ist es normalerweise allemal gilt für day of the tentacle auch gilt für monkey allen eins und zwei auch von mir sind das special edition auch und vom 3er gibt es leider keine neuauflage kann man aber im scum vm immer noch ganz gut spielen kann wir da braucht es wäre mal schön irgendwie eine höhere auflösung was kann heute noch super spielen das sieht immer noch top aus und hat eben schon weißt du der cd zeit kam sprachausgabe und super qualität und so weiter von daher ja da das kann man einfach auch heute noch spielen ohne abstriche dass man sich da irgendwie noch mal an kopf fassen muss aber ist nicht nur eben das kind von den wo vielleicht das letzte top adventure war allgemein geht es dann bergab ich möchte noch einen einen eine honorable menschen möchte ich ganz kurz noch erwähnen nicht weil es ein gutes spiel ist aber weil es sind mit den besten spiele soundtrack aller zeiten hat nämlich outlaws da haben sie sich versucht auch an einem 3d shooter basierend auf der dark forces engine die dann in höherer auflösung nicht mehr ganz so geil aussah und sag ich mal ein grauer star wars planet ließ sich in der shooter engine auch ein bisschen besser darstellen als ausgerechnet wild west szenario weil outlaws im wilden westen spielt also nicht für den shooter teil würde ich dieses spiel niemandem empfehlen aber die geschichte die in so zeichentrick sequenzen zwischendurch erzählt wurde und der soundtrack der auch von cd kam von clint bajakian ist mit der beste soundtrack den ich kenne überhaupt von spielen der hat halt zum klassischen sergio leone neo morricone soundtrack gemacht aber perfekt und das werte das ganze spiel total auf nur die zwischen sequenzen sucht euch einen youtube-kanal raus schaut euch die zwischen sequenzen an oder es gibt glaube ich ein soundtrack sogar irgendwie gratis im netz runterladen anhören fantastisches spiel müsst ihr nicht spielen aber tolle tolle art direction und tolle soundtrack ich will auch nicht sagen dass da nur noch quatsch kommt aber dass da anfängt bergab zu gehen und zwar dann teilweise ziemlich schnell ein richtig gutes spiel kommt auch noch raus in x-wing wie heißt es genau ist star wars x-wing alliance kommt raus das vierte spiel praktisch in der serie wenn man jetzt x-wing tie fighter x-wing versus tie fighter und daneben x-wing allein so als reihe sieht was besser war als x-wing versus tie fighter weil es halt wieder die solokampagne in den vordergrund rückt oder überhaupt eigentlich das hat irgendwie glaube ich auch einen multiplayer modus aber der ist halt nicht das wichtige an dem spiel insgesamt auch ein gutes und kompetentes spiel mit schönen zwischensequenz einer schönen geschichte aber war auch für mich ein bisschen enttäuschend das habe ich erst beim spielen gemerkt man spielt nämlich ein schmuggler aus einer schmuggler familie ja auch das coole ist noch man spielt man hat man hat so ein raumschiff was so ähnlich wie der millennium falke ist was natürlich ganz schön geil ist das hat das auch so ein bisschen getragen und das war dann ein tolles erlebnis da mal in diesem raumschiff zu sein aber dass man als schmuggler plötzlich so als dritte fraktion in diesem universum unterwegs ist wo doch das faszinierende ist wirklich schon okay für die rebellen fliege ich noch in x-wing fand ich ganz okay mein gott richtig geil das ist für das imperium zu fliegen hammerhart diesen konflikt aber plötzlich als schmuggler so zwischen den beiden großen konfliktparteien da haben sein eigenes ding zu machen war von der geschichte obwohl sie sonst ist eigentlich wirklich ganz kompetent geschrieben war und auch jetzt nichts wesentlich verkehrt macht ich hatte das komplett vergessen dass schon für mich überhaupt nicht mehr da weil das hat einfach ja weil das das ist nicht das was ich spielen möchte das ist nicht das was es ausmacht ja ich möchte dann wenn schon wieder die rebellen meinetwegen imperium der hammer aber ich will ja nicht um so eine dritte fraktion da irgendwie spielen das kann ich da überhaupt nicht erinnern dass man da irgendwen anderes spielt als einen der rebellen oder einen der imperialen aber ja boah keine ahnung die familie fällt ja am anfang irgendwie so eine handelsfamilie verliert irgendwie ihren stützpunkt und dann muss man sich als schmuggler durchschlagen das ist alles so ganz nett aber ja hat auch ein paar coole sachen hat irgendwie so einen droiden dabei was ja auch immer im star wars universum wichtig ist es ist ein r2 oder das ist bb8 und das war auch da tatsächlich ein cooler droide das hat viel spaß gemacht sie haben wirklich viele sachen richtig gemacht aber einfach mit der wahl des settings ins klo gegriffen das konnten sie mit dem spiel nicht mehr rausreißen ansonsten gutes spiel auch spaß gemacht aber wo wir beim thema star wars sind 99 kommt auch nicht nur eben für spiele was moment arz geht es bergab sondern es kommt leider die prequel serie findet mit phantom menace ihren ersten film ins kino und wo es natürlich auch spiele geben generationen konflikt glaube ich wie man manchmal bei uns in den kommentaren aber merkt wenn wir manchmal ohne grund manchmal mit konkreten grund weil wir gerade irgendwie ein lego spiel spielen oder wie auch immer wenn wir auf das thema kommen ist natürlich bei uns ganz klar die meinung die alte trilogie ist halt der heiße scheiß und die prequels sind halt nur scheiß das war eine riesen enttäuschung damals für uns die filmen und die sind ja auch wenn man es jetzt wirklich von unabhängig jetzt von von eigenem geschmack wo man darüber streiten kann subjektiv sind es einfach keine guten filme so auf so vielen ebenen ist das halt einfach murks und die filme waren murks und dann haben die angefangen dazu halt was wir vorher gesagt habe das eben nicht oder diesen druck standen immer zeitnah zu filmen irgendwie spiele umsetzung zu bringen haben sie dann angefangen eben zu diesen ganzen prequels dann auch die die ganzen spiel umsetzungen zu bringen viel umsetzung als spiele potrace und und also dann kamen ganze schwemme von schlecht gemachten action spielchen star wars ja da geht lucas arts zwei wege nämlich sie machen dürftige star wars spiele und sie machen fantastische star wars spiele gott sei dank machen sie beides da war die zeit vorbei dass man bei lucas arts noch einfach alles ungesehen kaufen konnte vor allem alles zum thema star wars aber mit ein bisschen einlesen und test lesen und damals gab es ja immerhin auch schon die gamestar also bitte da wurden wir natürlich perfekt darüber informiert was man spielen sollte und was nicht und dann konnte man sich schon ganz gut rausholen also sicherlich das offizielle spiel zu die dunkle bedrohung konnte man getrost weglassen hat man natürlich ausprobiert war aber eigentlich nichts besonderes force commander als strategie spiel war auch irgendwie misslungen es gab dann irgendwie noch star wars starfighter was auch nicht wirklich geil war die waren dann auch alle immer schon für die playstation 2 und xbox kann man alles getrost darauf verzichten rogue squadron hat seine fans ist eine tolle action flugsimulation auf planeten oberflächen hat mich jetzt nicht so gehuckt aber fritz ist großer fan die ist das shadows of the empire war ein großer grafik burner weil es vor allem auch den die schlacht von hoth das erste mal richtig erfahrbar gemacht hat so dass es richtig geil war mit einem komischen helden dash render nur ganz kurz ist diese hoax spiele waren die nicht von factor 5 die waren von factor 5 ja genau auf dem auf dem gamecube und so die waren richtig gut die waren richtig gute spiele da ist fritz ein riesen fan von aber vor allem bei der narrativen richtung da ging es dann richtig los denn da kam dann dark forces 2 was bei uns jedi knight hieß oder man kennt es jetzt nur noch unter jedi knight oder jedi knight wie wir damals gesagt haben war im prinzip das zweite dark forces dann mit polygon optik schon bekam noch ein addon mit mysteries of the sith gab noch nachfolger mit jedi knight 2 jedi outcast mit dem ich mich damals bei der gamestar beworben habe als test übrigens jedi academy und die waren alle unfassbar gut also super coole super coole 3d shooter mit lichtschwert also du konntest halt in der ego perspektive schießen und aber umschalten und dann mit dem lichtschwert später im spiel mit einem coolen helden kyle katan einer geilen geschichte normalerweise allen bekannten charakteren und gegnern schauplätzen also die wurden wirklich immer besser jedi academy dann 2003 vielleicht nicht mehr das beste davon ich fand jedi outcast damals am besten aber war immer noch total geil da konnte man dann auch so die die schläge die du draufhattest irgendwie customizen also alles obergeil jeder will ein neues jedi knight haben die nachfolger im geiste die es gab nämlich force unleashed 1 und 2 die hatten gewisse schwächen vor allem das zweier weil so ein schnellschuss was ziemlich ungeil war das erste war ich immer noch ganz cool aber wir bekommen jetzt ende des jahres hoffentlich von leuten die es können endlich wieder ein spiel was so wird nämlich jedi fallen order von den respawn leuten die die tatenfall gemacht haben kann was die können wirklich was und denen glaube ich auch dass sie vielleicht seit jahren mal wieder ein wirklich gutes star wars spiel machen weil so schön die battlefronts waren optisch erzählerisch waren sie immer scheiße weil da ist es halt nicht kann naja aber ja dafür erzählerisch ich weiß nicht fahre ich gerade zu schnell drüber weil ich muss ein bisschen auf die uhr gucken dafür kommt dann das vielleicht beste star wars spiel überhaupt raus 2003 nämlich star wars knights of the old republic was auch eine ganz neue zeitlinie aufmacht die mehrere tausend jahre vor den filmen spielt und damit etabliert sich bioware als der entwickler den wir alle so geliebt haben nach baldur skate mit knights of the old republic dann der zweite teil der nicht von bioware kam sondern von obsidian und der mass effect 3 deren gene im prinzip in knights of the old republic drin steckten und aber da muss man eben die unterscheidung treffen weil fast alles was wir vorher besprochen haben war eben der entwickler lucas arts ja und hier bei den kotor spielen sind sie hat eben noch publisher ja bei den jahre night spielen war es auch schon so dass raven software da am ruder war aber die qa beziehungsweise lucas arts hat er trotzdem dafür gesorgt dass da brillante spiele bei rumgekommen sind das stimmt aber trotzdem ist natürlich ganz klar kotor ist hat einfach ein bioware spiel ja aber irgendwie noch dann lukas arts damit drauf geguckt und so was hatten bioware spiel und obsidian das ist das spiel also das liegt hat schon an denen einfach und was ich hatte ja meinte mit dem niedergang klar ist kann man noch wirklich diese hervorragenden spieler raus wie eben alle gerade genannt hast aber der entwickler lucas arts da kam irgendwie hat nur noch dieser star wars krusch raus wenn man da jetzt guckt und das da das war halt vorbei das war force am least 1 war noch von lucas arts selbst das aber auch und das war auch gut das ist schon gut also das kann man schon das kann man schon spielen das ist komischerweise nicht nicht besonders gut gealtert aber es hat nicht mehr also das zweite ist dann leider nicht mehr gut obwohl es dann schon halb drum herum gab und zweiten dann das hat dann irgendwie nichts mehr also der entwickler ist dann halt so irgendwie jetzt verabschiedet leider das hat business schade und dann wann wurden jetzt zugemacht lucas arts offiziell als entwickler habe ich dann halt irgendwann dann komplett zugemacht habe ich jetzt auch nicht im kopf das sagen 2013 disney schließt das schon krass jetzt geraten vor drei vier jahren aber es ist tatsächlich schon sechs jahre her ja aber aber offiziell dann der entwickler begraben und da war es dann einfach nur aus einer nostalgischen sichtheit schade weil man dachte man da als man das gehört hat man sofort ach manche ein acht teilfeiter oder da war schon seit jahren nichts mehr gekommen von entwicklerseite bei lucas arts ja schade ne vielleicht deswegen auch folgerichtig dann zu irgendwann zu sagen den entwickler braucht man jetzt nicht mehr guck mal wenn er hat aber schon seit jahren oder fast im jahrzehnt hat als entwickler nichts mehr rumkommt es wäre schon ganz schön wenn also gerade wichtige lizenzen sind jetzt ist jetzt alles bei disney natürlich weil das irgendwie alles bei disney bald ist wirklich alles bei disney ich hätte ja bei avengers endgame ich jetzt nicht überrascht wenn am ende noch der millennium falcon reingeflogen wäre mich jetzt echt nicht überrascht ich hätte mir gedacht ja genau mal gucken wie lange noch schlechte star wars spiele rausbringen will oder hoffnungsvolles star wars spiele einstampfen will jetzt schauen wir mal was mit jedi fallen order wird vielleicht legen sie ja lucas arts als publishing label dann irgendwie noch mal neu auf ich rechne allerdings nicht damit dass es noch mal auch nicht als movie teil weil da gab es zum vierten auch nichts mehr dass es noch mal ein indiana jones spiel gibt ich will auch gar kein neues monkey island mehr ehrlich gesagt das ist auch irgendwie durch ja und man braucht auch keine adventures mehr aber ich würde mir dann doch wünschen dass sie weil sie auch gerade die neuen filme irgendwie so kaum genutzt haben bett mit battlefront außer für die optik gar nicht und wo du halt dann merkst du mein gott wenn das halt eine geile geschichte oder besserer shooter wäre einfach bessere singleplayer shooter lasst doch mal die leute von machine games die wolfensteinmacher in dark forces machen also einen richtigen third person shooter oder eher ego shooter oder respawn oder respawn wobei das auch wieder third person ist aber ist doch alles es geht ja alles es gibt ja teams gibt denen halt die marke lasst die halt mal gute star wars spiele machen das ist doch nicht so schwer gab es doch auch schon mal ich würde auch mit dem neuen als auf die all the public klarkommen mal schauen das mal schauen was das nicht macht naja aber es war auf jeden fall eine wunderschöne zeit mit lucas als es war lange jahrzehntelang eigentlich ein garant für gute spiele und für tolle serien und für tolle charaktere und mit der star wars lizenz dann auch noch im sack ja deswegen waren wir auch alle sehr traurig als sie damals zugemacht wurden weil man schon merkte dass sich viel getan hat oder viel geändert hat und manchmal sind dinge einfach vorbei gut dass man jetzt wie dieser podcast aber gut dass man die meisten davon heute noch sehr gut spielen kann der fritz schafft es auch immer wieder so jedi knight zum beispiel so zu modden dass es auf modernen system noch gut aussieht gab es übrigens jetzt zum ersten teil es gibt ja immer diese leute die mit künstlicher intelligenz texturen hochrechnen was wahnsinnig geil aussieht das haben sie mit doom 2 schon gemacht und sie haben es mit jedernite 1 also dark forces 2 auch gemacht wahnsinn das sollte eigentlich so eine routine werden für leute die irgendwie noch mal geld mit ihrem spiel machen wollen dass sie da so eine ki textur routine drüber laufen lassen brauchst du keinen hd remake oder irgendwie 4k texturen war es auch nicht neu zeichnen super geil aber ja naja wir schauen mal was das lucas als in zukunft wird spätestens bei jedi fallen order schauen wir mal ob noch gene da sind wenn wir sehen das war lucas arts vielleicht noch ein teaser ganz kurz wir werden ich verspreche das jetzt ich weiß noch nicht wann aber wir werden loom spielen habe es auch schon installiert und wir werden auch wahrscheinlich irgendwann man hier alle drei spielen glaube ich das muss mal sein und je nachdem das werde ich halt noch vorneweg machen das können wir mal besprechen ich glaube nämlich nicht dass wir es auf gamecube machen wenn wir es auf gamecube vorhaben dann machen wir auch manche einen 1 und 2 wenn nicht will ich die hat einfach auch selber aus diesem interesse noch mal spielen weil ich halt ist eben da nur so ganz nebulöse erinnerungen habe manche einen 3 habe ich weiß ich ganz viel und ganz klare erinnerungen und 1 und 2 sind nur so einzelne bruchstücke und szenen und einzelne rätsel also dieses ganze habe ich überhaupt nicht mehr im kopf und das will ich eigentlich noch mal nachholen ja fast dass wir ich dann irgendwie auch noch mal technisch ist das immer so eine sache weil das ja gerade von den älteren da gibt es dann schon so talkie versionen die später dazu kamen wo die sprachausgabe aber oft sehr sehr schlecht ist oder in der fall oder dann auf englisch und da weiß ich immer nicht weil man drückt ja normalerweise mit punkt die texte weiter wie schnell lesen denn unsere zuschauer und ich will ja auch nicht alle texte vorlesen die da irgendeiner sagt sondern oder man lässt sie einfach ablaufen solange sie ablaufen werden wir sehen wir machen loom zusammen das ist irgendwann mal und dann dann freuen wir uns sehr drauf und ihr euch hoffentlich auch was wir auch noch machen ist demnächst dann ein anderer talk zu einem anderen lieblingsentwickler wird eigentlich war es ja so als übergreifendes thema gedacht und hat mir gleich noch ein paar andere die waren auch origin systems eingefallen ja mir war noch bullfrog eingefallen zum beispiel westwood gibt es noch ein paar andere micro pros gibt ein paar die einem da sofort einfallen und wie gemerkt haben gibt es genug zu besprechen das heißt mal gucken origins auf jeden fall eine der heißesten kandidaten für eine weitere folge da freue ich mich auch schon drauf weil da gibt es einige coole spiele ja danke euch fürs zuschauen und zuhören wir sehen uns voraussichtlich in circa zwei wochen wieder mit einer regulären folge gt talk nächste woche gibt es wieder eine archiv folge wenn euch das hier gefallen hat gerne bei patreon punkt com slash game tube de uns unterstützen dann gibt es künftig mehr von diesem zeug ja ansonsten könnt ihr uns auch wo es uns gibt liken und bewerten immer nur mit der höchstpunktzahl bitteschön alles andere ist kommt eigentlich nicht in frage ja ansonsten haben wir die game of thrones talks gerade noch im programm und let's play ist ein bisschen und demnächst loom genau danke martin danke euch schönen tag tschüss bis dann